Man sagt, eine gute Ehefrau merkt, wenn ihr Mann ihr untreu ist, weil sie die Untreue in seinen Augen erkennen kann. Warten Sie, ich komme Sie gleich wieder abholen. Nach allem, was ich von Ihnen weiß, sind Sie eine gute Ehefrau und doch frage ich mich, wissen Sie, dass Ihr Mann Sie jahrelang betrogen hat? Ich kann Ihnen alles über die andere Frau erzählen, aber Sie müssen weit reisen, um mich zu treffen. Ich bin im Gefängnis. Vera glaubt's. Kommen Sie, die Handlasche bitte in Schließfach. Zigaretten können Sie mitnehmen. Bitte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Yvonne Schumacher? Danke, nein, ich rauche nicht Haben Sie nur für mich mitgebracht? Ich sah auch mal so gut aus Aber jetzt bin ich schon seit fünf Jahren hier drin Das Essen ist mies, billige Seife ist natürlich alles Gift für die Haut Das hatte ich früher nicht Ich habe sie mir auch anders vorgestellt Die Kleine Ich habe gedacht, sie wären blond Wie ich Sie haben sich vorgestellt, wie ich aussehe? Sie sind hübsch Eigentlich richtig schön Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ihr mal mit einer anderen Frau... Das wäre ein ziemlicher Schock Verstehen Sie? Als ich Ihren Brief bekam Warum glauben Sie mir? Ich bin doch eine Kriminelle Ich könnte eine Mörderin sein Sind Sie eine? Nein Bitte, Sie brauchen mir nichts zu erzählen Ich meine von sich Ich möchte bloß wissen Wer diese andere Frau ist Und Wie lange Dann werde ich wieder gehen Sie haben nicht gut geschlafen, stimmt's? Sehe ich Ihnen an Sie haben wach gelegen Haben sich mir eine andere Frau vorgestellt Das ist ein Albtraum, nicht? Aber glauben Sie mir Das ist nichts Verglichen mit dem, was mir passiert ist Jungs Wie alt? Sind erwachsen Und Ihr Mann war natürlich immer ein guter Vater Ja Haben Sie aber Glück gehabt Ich war ledige Mutter Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was das bedeutet Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen Dass meine Tochter ohne Vater aufwachsen muss Plötzlich war dann dieser Mann da Peter Der kümmerte sich um Sie Spielte mit ihr Und das reichte mir Um mich ins Bett zu kriegen Ich glaube, es wird doch falsch, hierher zu kommen Ja, sicher war es das Sie führen doch ein herrliches Leben mit Ihrem Traummann Was regnet sich eigentlich so auf, nur weil er fremd geht? Entschuldigen Sie Normalerweise erkenne ich einen Ossi sofort Sie haben wahrscheinlich schnell dazugelernt, nachdem Sie umgezogen sind Woher wissen Sie, dass wir umgezogen sind? Hat Sie Ihnen das gesagt? So wie Sie aussehen, scheint Stefan ja ganz gut zu gehen Hat er eine dicke Rente von drüben kassiert? Oder konnten Sie was von Ihrem mächtigen Lehrherum Gehalt zurücklegen? Also gut Jemand hat Ihnen eine Menge über uns erzählt Das war ja schon aus Ihrem Brief ersichtlich Sie vergessen aber anscheinend, warum ich hier bin Sie haben mir immer noch nichts über diese Frau gesagt Tja, warten Sie noch ab Es kommt schon noch Warum kommt Sie nicht einfach auf den Punkt? Weil es mir sehr wichtig ist, dass Sie begreifen, dass ich früher mal anders war Ich war nämlich so wie Sie So nett Sie war nett Wie schön Ja, ich war nett Und schön Und intelligent Ich habe damals im Auswärtigen Amt gearbeitet Ich hatte Zugang zu allen geheimen Sachen Ich hatte überhaupt keine Angst, als ich zum ersten Mal illegale Kopien aus dem Gebäude geschafft habe Ich habe ja geglaubt, das sei für eine gute Sache Einen schönen Abend Danke, gleichfalls Dass ich so gut lügen konnte, davon war ich ja selber überrascht Ich nahm ein paar Dokumente mit Und plötzlich war ich Spion Hatten Sie gar kein schlechtes Gewissen? Nein Peter hatte mir gesagt, er arbeitete an einem Friedensinstitut in Wien Und er würde die Unterlagen sowieso bekommen Und die Bürokratie sah eben so langsam Und es wäre eine große Hilfe für ihn, wenn er die Dokumente vorher schon mal einsehen könnte Die Unterlagen sollten doch für einen Frieden sein Für einen Weltfrieden Klingt total lächerlich Ja, für mich war das aber nicht lächerlich damals Das war eine andere Zeit Wir waren doch alle damals für einen Frieden Verzeihen Sie, aber dazu wirkten Sie auf mich zu intelligent Dankeschön Heute bin ich auch schlauer Aber damals war ich zum ersten Mal richtig verliebt Erinnern Sie sich daran, wie das ist? Ich bin immer noch verliebt Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mir ihre Lebensgeschichte anhören Ich habe ihm alles geglaubt Alles, was er mir erzählt hat Er Der Wissenschaftler Was für ein Wissenschaftler? Na, für ein Friedensinstitut Ja, wenn man ein braves katholisches Mädchen verführt, dann kann man ihm alles erzählen Sie sind katholisch? Im Rheinland sind wir alle katholisch Tut mir leid Tut mir leid Es hat mal eine Zeit gegeben, wer hätte mir das viel bedeutet, wenn das jemand zu mir gesagt hätte Soviel ich weiß, hat Ihr Mann ja bei der Stasi gearbeitet Ist ja auch nicht gerade eine Institution mit hohen moralischen Ansprüchen Kennen Sie meinen Mann? Und Sie glauben, Sie haben als Ehefrau damit gar nichts zu tun? Und dann sind Sie auch noch reich? Wir sind nicht reich Naja Also alles relativ Es ist lange her Dass Stefan für die HVA gearbeitet hat Und es war nicht illegal Selbstverständlich, er hat ja für die Regierung gearbeitet Haben Sie sich denn mal gefragt, was er da so gemacht hat? Und wenn er Sie gebeten hätte, ihm zu helfen Hätten Sie sich geweigert? Das hätte mein Mann nie von mir verlangt Oh, das ist aber schön Dass Sie ihn als moralische Instanz sehen Das war nämlich Ihre gute alte Stasi Die meinen Peter zu einem Romeo ausgebildet hat So hießen die nämlich Die Stasi hat ihm den Auftrag gegeben, mich zu verführen Und was hat das mit Stefan zu tun? Hübscher Schal, den Sie da haben Es ist Armani Darf ich ihn mal probieren? Hübscher Schal, den Sie da haben Wissen Sie, was Ihre Methode war? Nein, und ich will es noch nicht wissen. Wir haben zuerst mal einen Kundschafter ausgeschickt. Der hat herausgefunden, was für eine Frau man war. Was für einen Geschmack man hatte. Was für Bücher man las. Was für Musik man hörte. Was man gerne aß, was man gerne trank. Und erst dann tauchte er auf. Der wusste natürlich alles von allem. Man hat das Gefühl gehabt. Man hat seinen Seelenpartner getroffen. Wissen Sie, wie die das nennen? Ficken fürs Vaterland. Sprechzeit zu Ende. Was soll das heißen? Wir haben nur eine Stunde. Wir sind doch noch nicht fertig. Dann müssen Sie wiederkommen. Es ist ziemlich weit. Ganz wie Sie wollen. Aber wir brauchen doch bloß auf fünf Minuten. Wie bitte? Ich habe Ihnen aber noch sehr viel mehr zu erzählen. Ich habe Ihnen bereits fünf Minuten gelegt. Sagen Sie mir ganz, wie sie heißt. Mein Schal! Kommen Sie. Ich bringe Sie wieder nach draußen. So. Weiter. Geradeaus. Geradeaus. Und stopp. Jetzt. Guck mal da, Yvonne. Das gehört dir. Wie hast du das hierher geschafft? Ich habe es für einen Sportpreis gekriegt. Der Eigentümer ist pleite und hat seit Monaten die Linke Kost nicht bezahlt. Ach, deswegen die ganze Zeit dieser Heimlichtuerei. Nein. Und du hast wirklich nichts geahnt? Nein. Nein. Es war gar nicht so einfach, es vor dir zu verheimlichen. Wenn du heute nicht einen Ausflug gemacht hättest, dann hätte ich es nicht geschafft. Ein, zwei Mal habe ich gedacht, du belauscht mich am Telefon. Ach, Mist. Was ist? Es war. Mit dem Kühlschrank ist alles in Ordnung. Da ist ein Schadenfläche in unserer schönen Küche. Du weißt, wie sehr ich diese alte Dinge liebe. Das Einzige, was uns von früher geblieben ist. Du und die Jungs, ihr seid die Einzigen aus dieser deprimierenden Zeit, an denen ich hänge. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich ihn will verkopen. Willem wird zu oud um zu erzählen. Nein, das glaube ich nicht. Erf uns einfach erwacht. Herr Roy? Ja. Dein Holländisch wird immer besser. Bedankt. Über Bote kann ich mich in jeder Sprache unterhalten. Hallo, Lelio. Hi. Ich habe Henk gesagt, du würdest auf Kathi aufpassen, während wir deinen Wagen holen. Belästiger Henk nicht damit. Ich kann mitkommen. Nee, Kathi würde gerne was Zeit mit dir verbringen. Oder? Ist es dir nicht recht? Ja, natürlich ist es ihr recht. Yvonne sehnt sich nach Kindern. Früher hatte ich jeden Morgen fünfundzwanzig von ihnen. Nach Liefi. Nachs Tag. Komm noch, Yvonne. Da. Da. Ah, ich bin fix und fertig. Warum hat das so lange gedauert? Ich wollte deine Rostlaube volltanken. Und auf einmal fängt die Benzinleitung an wie verrückt zu lecken. So ein großes Loch. Bitte sag mir, wo du in den letzten Stunden gewesen bist. Ich saß an der Tankstelle fest. Da kam dieser alte Knacker, dem sie gehört und wollte mir unbedingt helfen. Und das hat ewig gedauert. Ach, er wollte ja so ein Teil aus Metall um die Benzinleitung legen und dann hat das mit dem Verlöt nicht geklappt und... Das glaube ich dir nicht. Was glaubst du nicht? Sag mir einfach, wo du warst. Ich habe drei Stunden darauf gewartet, dass ein 80-Jähriger dein Auto zusammenfliegt. Ich dachte, ein Ex-Spion könnte besser lügen. Ex-Spion? Lügen ist wie Fahrradfahren, stimmt's? Man verlernt's nie. Ich gehe ins Bett. Ich bin müde. Das Ding ist auf Malzen und Hopfen verloren gegangen. Du wirst es austauschen müssen. Hopfen und Malz. Wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ach, hat Stefan dir nichts erzählt? Nein. Na ja, vor dem Fall der Mauer war ich öfters in Dresden, in Leipzig. Und auch in Ost-Berlin. Und warum? Damals war ich vom Kommunismus fasziniert. Viele von uns haben dann geglaubt, aus der Ferne. Mich haben sogar einige aus der DDR hier besucht. Aber Stefan, bist du früher nie begegnet, oder? Entschuldige. Kind muss in die Schule. Was ist los, Ratje? Tante geputzt? Was machen? Tag, Yvonne. Komm mal. Tag, Kati. Du bist ja früh auf. Es tut mir leid. Warum sagst du mir nicht einfach die Wahrheit? Du bist losgefahren und hast Milch besorgt, weil sie in dem ollen Kühlschrank mal wieder sauer geworden ist. Stimm's? Nein. Ich würde dich so gerne noch viel mehr verwöhnen. Aber du lässt es ja nicht zu. Ich würde dich so gerne noch mehr verwöhnen. Auch wenn du sie so gerne noch gefühlst, override eins. Alls. Wenn du dich so gerne noch nicht, oder? Ich sixteen. Wenn du dich so gerne noch mehr verwöhnen. Sie fragen sich, warum ich so dämlich sein konnte Das habe ich nicht gesagt Sie sehen aber so aus, als würden Sie das denken Ich habe mir nur überlegt, dass ich so etwas nicht getan hätte Selbst wenn Stefan mich darum gebeten hätte Haben Sie ihn immer so genau gewusst, was er getrieben hat, wenn er weg war? Hat er über jede Stunde Rechenschaft abgelegt? Selbstverständlich nicht Na also, Sie haben ihm vertraut Sie konnten sich doch auch nicht vorstellen, dass er sie betrügt Bis jetzt Ich kann es aber noch nicht glauben Was haben Sie vermisst, wenn er weg war? Ihn Den Vater Ihrer Kinder oder den Liebhaber? Breite Sex? Das habe ich mir gedacht Sie haben nicht gehabt, was ich gehabt habe Das haben Sie nie gehabt Darum verstehen Sie auch gar nicht, wovon ich rede Das kann ich nicht verstehen Dass Sie Ihr Land verraten haben und sich als verführtes Unschuldslamm darstellen Das ist eine so blöde Geschichte Das werden Sie noch bereuen, dass Sie das gesagt haben Ich bereue bloß, dass ich noch mal hierher gekommen bin Ich habe Peter geliebt, ja Ich bin wirklich geliebt Aber ich glaube, noch viel wichtiger war Es war der erste Mann, mit dem ich richtig guten Sex hatte Eigentlich sollte ich Sie bedauern Stattdessen widern Sie mich an Beinahe mehr als dieser Mann Beinahe schon was? Sind Sie jetzt fertig? Die Zeit läuft uns davon und Sie reden wieder nur über sich Keine Angst Wir kommen bald zum Ende meiner Geschichte Das wird zu dem Punkt, wo Ehre anfängt Taktik, Navigation, Stolz Und auf Langstrecken in den Garten muss noch einer kochen Der Postum Institut Hallo Ich habe dich so vermisst Ich dich auch Erzähl mal, wo wir heute waren Im Kino ist da was gucken Oh, war es schön? Hat Spaß gemacht Komm, wir zeigen Ihnen mal Okay Möge die Macht mit dir sein So Jetzt haben wir es weit Ich komme gleich Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr machen Zu dem Zeitpunkt waren wir fünf Jahre zusammen Fast die ganze Zeit hatte ich spioniert Aber Ich fing an, die Nerven zu verlieren Und Er wusste Er musste den nächsten Schritt tun, damit ich weitermachte Er fuhren mit mir nach Holland Holland? Ja, der vorgegeben Holländer zu sein Habe ich das noch nicht gesagt? Fremdsprachen lernen die Stasi-Jungs ja immer als erstes Aber das wissen Sie sicher Ich lerne seine Familie kennen Seinen älteren Bruder und dessen Frau Und den Priester Ein Freund aus seiner Jugend Unter Tränen gestand ich, dass ich bisher in wilder Ehe gelebt Und mein Land verraten hatte Der Priester hörte sich alles an und sagte, dass ich es ja für den Frieden tue Die Welt benötige mehr Frieden denn je Und dann erteile mir die Absolution Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue Und dann wurden Peter und ich in den Priester getraut am 21. Juni Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Es war der glücklichste Tag in meinem Leben An welchem Datum war das? Es war natürlich nicht seine Familie Es war auch kein echter Priester Wir hatten irgendeine leere Kirche gefunden Und einen ihrer Agenten in Beichschule gesetzt Dieser Abschaum schreckt ihr von nichts zurück Das Datum Ich hatte sie nach dem Datum gefragt Der 21. Juni 1987 Ein unschuldiger Hemmlischer, sonniger Morgen Für eine vorgetäuschte Hochzeit Aber sofort danach musste er weg Woher wissen Sie das? Womit hat er es begründet von seiner eigenen Hochzeit abzuhauen? Er hat gesagt, dass er arbeiten müsste Arbeiten? Sie waren seine Arbeit? Er hat er sich schon mal vorge surveys Er hat sie auf der Tatum Er hat sie verletziert von seiner Hochzeit zum ersten mal hatte ich darauf bestanden dass er zu unserem hochzeitstag nach hause ich wollte ihn überraschen für ihn war das alles nur ein spiel das glaube ich nicht nachdem ich geschnappt worden bin habe ich Peter nie wieder gesehen der war wie vom Erdboden verschwunden ich habe fünf Jahre gekriegt und er nichts nichts die Sprechzeit ist beendet gut im Amen. Amen. Morgen. Morgen. Stefan ist schon ganz früh rausgefahren. Ja, er kann von einem neuen Boot einfach nicht genug kriegen. Es ist ja auch wunderschön. Ich kann gar nicht verstehen, weshalb der Eigentümer das weggegeben hat. Er musste es wohl verkaufen. Ja. So kann man das auch nennen. Hat Stefan dir erzählt, der ehemalige Besitzer seinen Schwierigkeiten? Hm? Ja. Das ist er. Ja. 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 Wees. Wilhelm de Brink setzt korruptions- ...ausschuss ein. Innenminister Wilhelm de Brink hat sich gestern unter Rücksprache mit Justizministerin Linda Glocke in der Affäre de Grot entschlossen, einen Untersuchungsausschuss zu bilden. Wieso können wir uns plötzlich all das leisten, Stefan? Warum geht's hier eigentlich? Früher haben wir alles gemeinsam entschieden. Damals hatte ich keine andere Wahl. Was soll denn das heißen? Wir haben jeden Pfennig umgedreht, weil wir das mussten. Jetzt müssen wir das nicht mehr. Ich hab das Gefühl, als sei ich die ganze Zeit unter einem Mikroskop. Was würde ich denn sehen, wenn ich da genau hinschauen würde? Einen glücklichen Mann, der ein besseres Leben führt, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Alles, was er möchte, ist, dass seine Frau auch glücklich ist. Hör endlich auf, alles abzuschließen, Stefan. Das macht mich wahnsinnig. Also im Moment ein Dauerzustand bei dir. Lass mich sofort da rein. Nein. Mach auf! Es ist noch eine von diesen Überraschungen, die dich so nerven. Verdirbst du dir doch nicht, nur weil du schlechte Laune hast. Du Lügner. Du Lügner. Okay, okay, okay. Für dein Gewächshaus, dann ist fertig. Zitronen, Oleander, Bougainville. Hast du dir bei uns auch immer gewünscht? Sag mir endlich, was los ist, verdammt noch mal. Ich weiß alles. Was weißt du? Vera Glaubitz. Seit wann weißt du es? Seit einer Weile. Du hast mir nichts gesagt? Ich hatte gehofft, dass du es mir selber sagst. Aber Yvonne, es war der kalte Kälte. Krieg. Wir waren Soldaten und zur unverbrüchlichen Treue verpflichtet. Treue? Ja, Treue zur Partei. Du kennst das doch. Es war verboten, unseren Familien irgendetwas darüber zu erzählen. Aber das ist doch Ewigkeiten her! Jahrelang. Jahrelang hast du mit deiner anderen Frau geschlafen. Ich habe doch ein Recht, das zu wissen! Nein! Es war braunvoll. Verstehst du nicht, warum ich diesen schmutzigen Teil meines Lebens vor dir verborgen habe? Meine Frau sitzt da nicht wegen im Gefängnis. Nein, nicht meine Trägen. Sie wusste genau, was sie tut. Sie brauchte damals nur einen kleinen Anschub, damit sie für uns arbeitete. Aber sie hat dich geliebt! Wer hat dir denn das erzählt? Wer hat dir überhaupt das alles erzählt? Sie hat mir einen Brief geschrieben, in dem steht, du seist für sie wie ein Vater gewesen. Sie hat dir hierher geschrieben? Genau das wollte ich dir ersparen. Du hast mir das alles nur verschwiegen, um mich zu schonen, ja? Das glaube ich dir nicht. Das ist aber so! Es gab immer wieder Momente, in denen ich nicht mehr konnte und ich dir alles sagen wollte. Das ging nicht. Ich konnte nicht. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich war... Du kennst mich so gut. Ach, das habe ich mir geglaubt. Hast du sie geliebt? Nein. Was war es dann? Es war Befehl! Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätte ich dich gar nicht erst heiraten dürfen. Verstehe doch, Rivonne. Ich hatte panische Angst, du würdest mich verlassen. Ich hätte aber trotzdem mit ihr weitermachen müssen. Egal, was aus meiner Familie wird. Du hast sie auch geheiratet. Nein, ich habe sie nicht geheiratet. Du hast doch getan, als... Nein, 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 niemals! Es war... Es war... Es war... Es war nur so eine Affäre, ein... 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 Sexy... Ach, ich lache. Ich wollte immer nur mit dir zusammen sein. Sie hat mich angelogen. Er hat sie gar nicht geheiratet. Doch, das hat er. Wollen wir wetten? Na kommen Sie schon, Sie wollen doch. Ich will nicht mit Ihnen wetten. Ja, aber Sie wollen meine Haut berühren. Die Haut berühren, die Seine berührt hat. Ich habe es genauso empfunden, als Sie das erste Mal hier reinmarschiert sind. Haben Sie Angst, mich anzufassen? Rau, nicht? Früher wunderbar weiche Hände gehabt. Sie haben also mit Stefan gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Haben Sie ihm auch gesagt, dass wir uns getroffen haben? Nein. Klug von Ihnen. Ist das für mich? Ja. Ist Ihnen rausgerutscht, stimmt's? Ich habe mir schon gedacht, dass so etwas passiert. Hat er geweint? Ja. Die Heulnummer ist ziemlich überzeugend, nicht? Der hat bei mir immer abgezogen, wenn ich nicht weitermachen wollte. Ich habe ihn so gut wie nie reinsehen. Vielleicht verwechselt er uns hier. Versuchen Sie es mit Humor zu nehmen. Vertrauen Sie mir. Ich soll Ihnen vertrauen? Ja, Sie können es auch lassen. Wann scheiden Sie sich? Entweder wollen Sie der Wahrheit auf den Grund gehen, oder Sie vergessen es. Und wenn ich meinem Mann glauben würde, und nicht Ihnen? Wenn ich ihm glauben würde, dass Sie eine vulgäre Schlampe sind, und dass er jede Sekunde gelitten hat, die er mit Ihnen zusammen sein musste? Was hat er Ihnen denn noch so alles erzählt? Dass es nur eine Affäre war, nichts Ernstes? Dass es mir noch Spaß gemacht hat? Er sagt, Sie hätten das Opfer gespielt, um beim Richter Mitleid zu schinden. Nein, da habe ich mir nun überhaupt keine Illusionen gemacht. Wer mag schon eine herumhurende Verräterin? Ja, aber mein Anwalt hat mich verachtet. Sie sind doch keine besonders lebenswerte Person. Also, wollen Sie weitermachen? Ich weiß nicht. Wenn Sie weitermachen wollen, schön. Aber ich mache das nicht aus schwesterlicher Verbundenheit oder so'n Quatsch. 5.000 für den Anfang. Sie sind gierig. Ja, da sagt die zweite Frau immer immer die Erste. Ich war die Erste. 5.000 für den Anfang. Nachher will ich mehr, es ist er mir schuldig. Er wurde dazu gezwungen. Ja, am Anfang. Weil danach hat sich die Sache ja zwischen uns ein bisschen weiterentwickelt, nicht? Kein Mensch hat ihn gezwungen, eine derart intensive und lustvolle Beziehung mit der Erste. Halt sie auf. Bitte. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich weiß, Sie sind ja nur an dem respektablen Teil interessiert. Die schöne Hochzeit in Weiß und die wunderhübsche kleine Kirche mitten im Wald. Ach so, übrigens, auf der Karte sieht es aus, als wäre die Kirche ganz in ihrer Nähe. Sie können doch mal vorbeifahren. Vielleicht bringen Sie eine kleine Gedenktafel für mich an. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mir in die Augen schaut und mich dabei schamlos anlügt. Also, wenn ich Ihnen guten Rat geben darf, hören Sie doch mal auf, das so technisch zu sehen. Ob nur Ehe oder nicht Ehe, wir hatten eine sehr intensive sexuelle Beziehung. Also, das würde mich daran stören. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er es ja gleich mitten in der Kirche mit mir getrieben. Aber dazu war ich nur zu katholisch. Bis zum nächsten Mal. Ooooh! Ja! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, aber ich hatte Glück. Du warst eine perfekte Mutter In einer Ehe geht es nicht nur um Kinder Okay, okay, okay. Du warst auch immer eine perfekte Ehefrau Und ich weiß, dass ich die Momente für die Einsteigerung des ZDF, 2020 Musik Musik Na, wollen Sie sich wieder Ihre Dosis abholen? Wenn man erst mal auf die Wahrheit gestürmt ist, kann man nicht mehr aufhören, stimmt's? Das ist wie eine Sucht. Ich bin bloß hier, weil ich vorhabe, Stefan zu bezeigen. Oh, danke. Ich weiß, dass er ein guter Mensch ist. Der etwas Schreckliches getan hat, ja. Aber dann hat er sich verloren. Ich möchte gern begreifen, was ihn so weit getrieben hat. Ich verstehe, wir führen jetzt professionelle Recherchen durch. Darum müssen Sie immer so gehässig sein. Wenn es Spaß macht. Sie können keine Rache üben, indem Sie mich quälen. Selbst wenn Sie mir eine Kugel durch den Kopf jagen, haben Sie sich immer noch nicht an ihm gerecht. Also, wenn Sie Geld wollen, beantworten Sie meine Fragen, ja? Hey, Ihre Persönlichkeit entwickelt sich. Sehen Sie, ich bin immer noch eine ausgezeichnete Sekretärin. Bevor ich das gar nicht werden wollte. Was wollten Sie denn werden? Ich hab ganz was anderes studiert. War dann mal die Schwange und musste Geld verdienen. Rot sind die Lügen, blau die Wahrheit. Wie oft haben Sie ihn gesehen? Er war die Hälfte der Zeit. Wie die Hälfte? Ja, wir waren eine Familie. Wir haben zusammen gelebt, genau wie Sie. Nein. Nicht genau so. Wir haben zusammen ein Haus gehabt und Kinder bekommen und... Wir hatten Antonia. Das ist Stefans Hand. Ich hab ihn rausgeschnitten. Hätten die beiden ein enges Verhältnis? Sie hat ihn vergöttert. Hat Stefan Ihre Tochter adoptiert? Zum Schein, ja. Wie alles, was er getan hat. Aber für uns war das ja kein Schein. Wir haben Nonnen geglaubt. Sie hat ihn geliebt, genauso wie ich. Hier. Das ist sie heute. German. Aber für uns Clyde, keine G Southacke!? Ihrst ja keinisini! Beide? Man kann die Gaksaten, Untertitelung des ZDF, 2020 Was mir gefällt Ich war doch nur für zwei Tage weg Viel zu lange Früher warst du wochenlang weg Manchmal sogar monatelang Und selbst dann hat es Tage gedauert, bis du endlich mal meine Hand genommen hast Geschweige denn von irgendwas anderem Damals habe ich dir nie gefehlt Ich ertrage es nicht mehr, wie du mich ansiehst Du hast an diese Frau gedacht, stimmt's? Ich gehöre nur dir allein Ich habe immer nur dir gehört Und ich will dich zurück Ich will dich auch zurück Ich Ich knie Ich knie Woher haben wir all das Geld? Du hast das Haus verkauft Welches Haus? Das, in dem du mit ihr zusammengelebt hast? Indem ich mit dir gewohnt habe Ich hatte das Haus angeblich für sie gekauft In Wirklichkeit war es natürlich die Firma Gewissermaßen als Lohn für ihre Agententätigkeit Aber um sicher zu gehen, haben sie nur mich mit meinem richtigen Namen im Grundbuch eingetragen Davon wusste sie nichts Und sie hielt es für ein Geschenk von dir? Nein, das war Bezahlung War ganz klar zwischen uns Das Haus war ein Vermögenwert, als ich es verkauft habe Also alles, was wir haben, stammt von da Nein, nicht alles Aber das erklärt, warum ich so viel investieren konnte Denkt sie denn nicht, dass sie nach ihrer Entlassung in das Haus zurück kann? Sie hat während des Prozesses erfahren, dass das Haus nicht ihr gehört Aber du hast es ihr nie selbst gesagt? Nein Nachdem sie mich von meiner Aufgabe entbunden hatten, habe ich nie wieder mit ihr gesprochen Und was ist mit ihrer Tochter? Mit dir auch nicht Es muss etwas geschehen Sie verdienen beide eine Entschuldigung Eine Wiedergutmachung Vielleicht von der alten DDR-Regierung, aber nicht von mir Es reicht nicht an, dann die Schuld zu geben Damals hattest du keine Wahl Jetzt hast du sie Sie würde meine Entschuldigung nicht annehmen Da bin ich mir sicher Vielleicht gibt es ja etwas, was sie annehmen würde Hm, Geld Wir haben doch genug, oder? Wenn du sie kennen würdest, würdest du das nicht sagen Sie ist nicht so nett und höflich wie du Mit uns kannst du nur weitergehen, wenn du mich nie wieder anlückst Egal, um was es geht Versprich mir das Versprich es Also gut Lass uns gemeinsam entscheiden, was sie verdient Ich will nur fair sein Fair, das ist ein schönes Wort Stefan hat mir nicht die volle Wahrheit gesagt, das stimmt Aber Das habe ich auch nicht Ich habe ihn auch angelogen Bisher weiß er nicht, dass ich hierher komme Und er weiß auch noch nichts von dem Geld Ich liebe ihn Und er liebt mich Er liebt mich, er liebt mich nicht Er liebt mich, er liebt mich nicht Sie wollen doch bloß das Geld Ja, und zwar eine ganze Menge Nicht bloß diese lächerlichen Kröten hier Ich war die Hure ihres Mannes Und er hat vergessen, mich zu bezahlen Er hat einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht Warum müssen wir jetzt alles mit unserem Gatten absprechen? Wissen Sie eigentlich, dass sie ihr Haus in Bonn verkauft hat? Was? Hat er Ihnen das erzählt? Die Stadtsicherheit hat er es doch auf seinen wirklichen Namen eintragen lassen Und er hat es für einen Haufen Geld verkauft, während Sie hier drinsitzen Er wollte, dass Sie von dem Geld profitieren können, wenn Sie hier wieder rauskommen Ach, wirklich? Will er das? Wir geben Ihnen die Hälfte des aktuellen Marktwirts Warum die Hälfte? Ich will alles Die Hälfte ist fair Schließlich hat er auch dort gelebt Sie sind ja eine richtige kleine Geschäftsfrau Ich werde rauskriegen, wie viel es wert ist Na schön Woher wissen Sie, dass er es machen wird? Er hat mir sein Wort gegeben Sagen Sie mir, dass Sie nicht derart bescheuert sind Sagen Sie mir, dass Sie hier nur eine Show abziehen Mein Mann hat sie auf furchtbare Weise benutzt und missbraucht Aber das war nicht wirklich er Ihr Peter war ein Schuft Mein Stefan ist keiner Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie? Ganz schön pervers Sie sind ja noch kränker im Kopf als er Und Sie? Sie sind stolz darauf, für guten Sex Menschen umgebracht zu haben Was haben Sie gesagt? Sie wissen ganz genau, was ich meine Ihre großartige Arbeit Hat zwei Westagenten das Leben gekostet Stefan hat mir erzählt, dass Sie deshalb so lange hier drinsitzen müssen Ihr Engel von einem Mann und ich, wir waren gemeinsam dafür verantwortlich Er musste es tun Sie nicht Er hat zugelassen, dass ich den Tod von anderen Menschen verscheulter Ich hatte keine Ahnung Was haben Sie denn gedacht, was Sie da machen? Geeksrezepte klauen? Sie glauben ihm und nicht mir nach allem, was ich Ihnen erzählt habe Doch lass dir ja immer noch gegen Mist auf, Dich Du Neue Du Neue Du Neue Du Neue Du Neue Du Neue Komm schon, Vera Deine Hände sind auch dreckig Du sehr dreckig Geld Du Scheiße Du Neue Du Neue Du hast nur noch sechs Monate Was ist aus, hier nicht? Ja, pass gut zusammen, mir beiden Teufel Wissen Sie eigentlich, wo die Tochter von Frau Glabitz wohnt? Was wollen Sie mit Ihnen sprechen? Warum? Bitte Ich bin sehr Seit wann wohnen Sie hier? Schon immer. Aber Sie haben doch früher in einem Haus gelebt. Ihr Mann ist hier mit eingezogen, als ich klein war. Diese Küche war das Hochzeitsgeschenk meines Vaters an meine Mutter. Er hat alles umgebaut. Er war ganz verrückt nach neuen Geräten. Er musste zum Beispiel unbedingt einen großen Kühlschrank haben. Und er bestand darauf, unseren Alten an irgendwelche armen Leute zu verschenken. Er hat alles umgezogen. So, ich kann jetzt auch noch eine Kühlschrank haben. So, ich kann jetzt auf die Kühlschrank halten. Und nun noch ein paar Herzen. Ich weiß es nicht, ob ich in der Kühlschrank habe. Ich weiß es nicht, wie ich habe. Der Kühlschrank! Prima! Das glaube ich nicht! Die haben doch gesagt, es würde mindestens ein halbes Jahr dauern mit dem Kühlschrank. Alles Liebe zum Geburtstag. Dann ist das ja also eine Mietwohnung. Ja. Er hat erzählt, ihr hätte ein eigenes Haus gehabt. Er ist ein großer Lügner. Hat er ihnen jemals Geld geschickt? Ja, vor zwei Wochen. Und er hat mir gedroht, sie in Ruhe zu lassen sonst. Was habe ich ihnen denn getan? Ich will sein Geld nicht. Ich hasse ihn. Wer hat sich denn um sie gekümmert, als ihre Mutter ins Gefängnis kam? Jemand vom Jugendamt. Mein sogenannter biologischer Vater war gezwungen, die Miete zu übernehmen. Aber das war auch alles. Das tut mir sehr leid. Sehr. Wussten Sie denn nicht, dass sie die mögliche Prozess- und Anwaltskosten aufgelastet hat? Wenn sie hier rauskommt, hat sie über 50.000 Mark Schulden. Wir waren uns natürlich im Klaren darüber, dass sie nie wieder ein normales Gefühlsleben haben wird. Aber sie waren nie eine Gefahr für andere, bis sie gekommen sind. Wann ist es passiert? Gleich, nachdem sie bei ihr waren. Nach dem Angriff auf sie, hatte sie sich zunächst wieder beruhigt. Und wir dachten schon, das Ganze sei vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen. Aber eine Stunde später in der Wäscherei hatte sie einen weiteren Anfall. Geht es Ihnen denn besser? Es wird schon wieder. Danach hat sie versucht, sich selbst zu verletzen. Was hat sich denn zwischen Ihnen abgespielt? Sie können mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich will zu ihr. Nein, das kann ich im Moment auf keinen Fall erlauben. Ich muss bitte. Gut. Es wird alles wieder gut. Lass mich in Ruhe. Deine Zeit hier ist bald um. Und ich verspreche dir, du wirst genug Geld haben, um nochmal ganz von vorn anzufangen. Ich verspreche es. Ich brauche nichts. Für mich ist alles vorbei. Nichts ist vorbei. Alles wird wieder gut. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Sie ist verschwunden. Ja, seit ein paar Tagen schon. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Keine Ahnung. Das hat sie bisher noch nie gemacht. Also. Ja. Also. Also. Denk dran. Du rufst mich an, ja? Okay. Hallo, Thomas. Hast du was von deiner Mutter gehört? Ja, weil sie das schwulgen ist ja noch mal. Seit vier Tagen. Nein, da ist sie auch nicht. Hör zu. Wenn sie sich bei dir meldet, dann rufst du mich sofort zurück. Egal, was sie dir erzählt, ja? Ja. Warum zum Teufel mussten wir uns ausgerechnet hier treffen? Ich dachte, dieser Ort würde zärtliche Erinnerungen in dir wecken. Er wurde an meine Adresse zugestellt. Ist für dich. Lieber Peter, bitte triff mich in unserem Restaurant im Rhein. Ich denke, du weißt, wo das ist, deine Frau. Vera. Ich vermute, sie ist den Zwischen raus. Dann wirst du es, der ihr unsere Adresse gegeben hat. Sie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Und wie? Wir haben auch Zeitungen im Gefängnis, Stefan. Ab und zu war mir ein Foto drin. Du hast Yvonne damit reingezogen. Vielleicht ist sie gerade in Gefahr. Vielleicht sind sie schon hinter ihr her. Du lebst noch immer in der Vergangenheit. Du musst mir helfen, sich zu finden. Sie ist verschwunden. Wahrscheinlich hat sie dich verlassen. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Nein, Yvonne würde so etwas niemals tun. Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass du plötzlich entdeckt hast, dass du deine Frau liebst. Ich habe sie immer geliebt. Armes Opfer. Mit einem schönen Spesenkonto und dem Auftrag, die attraktivste Sekretärin in Bonn zu verführen. Wer von uns beiden hat sich denn die Taschen mit Stasi-Geld vollgestopft? Hank hat mich für dich gewarnt. Wenn ich einmal zahle, hörst du nie auf. Ich nehme mir nur, was mir zusteht. Wenn ich 20 Jahre meinen Kopf für den Schad riskiert habe, bin ich jetzt dran, gut zu leben. Willem! Ich habe alles gezahlt. Das wirst du noch. Wenn du weißt, wo Yvonne ist. Wenn du mir hilfst, sie zu finden. Ich gebe dir alles zurück. Dein Boot. Dein Haus. Alles. Tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin. Yvonne? 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 Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Warum steht ihr Wagen hier? Weil sie sich mein Auto geliehen hat. Wagen? Sag mir, wann! Vor einer Stunde. Ah, du weißt, wohin sie gefahren ist. Natürlich nicht. Ihr ungeloblicher Klautsack. Wieso bin ich das weg, Sir? Du konntest dich nicht beherrschen. Deine Gier hat dich verraten. Und du, du, du hast dich bei meiner Frau eingeschleimt. Hast du ihr erzählt, wie wütend es dich macht, von mir und der großartigen DDR verraten worden zu sein? Mensch! Sie liebt dich! Zumindest eine gewisse Version von dir. Dann sage ich sofort, wo sie ist. Sie hat dich verlassen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was sie je getan hat. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Yvonne! Was immer geschehen ist, es ist vorbei. Es ist vorbei, bitte glaub mir. Ich werde es versuchen. Aber erst musst du noch etwas für mich tun. Alles, was du willst. Nur, verlass mich nicht. Ich liebe dich. Ich habe alles nur für dich getan. Nur für dich. Ich war nie auf das Geld aus, Stefan. Das war es nicht, was ich wollte. Ich will diese Sache zu Ende bringen. Ein für allemal. Ich werde es nicht mehr. Und ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht mehr. Sie will Geld. Davon scheint sie eine Menge zu haben. Auch ohne unser tolles Haus verkaufen zu müssen. Da siehst du es. Vielleicht verstehst du jetzt, was ich gemeint habe. Es geht dir nur ums Geld. Du hast nie aufgehört, mich zu belügen. Ich werde es nie wieder tun. Verspreche es dir. Welches Versprechen hast du denn jemals gehalten? Jemand wie sie kann sich doch nicht zwischen uns drängen. Es tut mir leid, dass du das alles nochmal durchleben musst. Alles was? Meinen Sie etwa mich? Das Flittchen? Du kriegst das Geld. Aber lass meine Frau in Ruhe. Das gilt genauso für deine ausgeflippte Tochter. Hör auf, Stefan. Bitte. Was machen Sie jetzt? Ein Rückzieher? Lass Sie in Ruhe, habe ich gesagt. Keine Angst. Ich tue normalerweise niemandem was. Nur wenn ich irgend so ein Miststück sehe, dessen ehemaligen Stasi-Agent... Halt den Mund! Die Bombenkonten in der ganzen Welt hat! Du hast recht. Wir beide müssen uns vor ihr schützen. Ja, ja, ganz recht. Ganz recht. Ich bin nämlich die Expertin für die perverse Seite deines kriminellen Verstandes. Sie wollte es mir ja nicht glauben, aber ich habe ihr gesagt, sie sollte es doch mal mit... 21, 06, 087 probieren. Unser aller Hochzeitstag. Wie rührend. Und wie bequem. War sehr hilfreich. Deine Konten in der ganzen Welt zu finden. Sir Peter Stephan ist tatsächlich ein reicher Mann. Woher willst du das wissen? Hältst du mich für so dumm, bei Transaktionen meinen eigenen Namen zu benutzen? Wie wär's denn mit einer in Australien eingetragenen Firma? SP Sailboats International. Eine alte BND-Connection. Ist immer schon gerissen gewesen. Intelligent, aber irre. Perfekte Kombination. Es bleiben dir zwei Möglichkeiten. Mich denselben Leuten auszuliefern, die dich ins Gefängnis gesteckt haben. Ungerecht, langes gebe ich zu. Oder reich zu werden. Du warst und bist ein scheiß Kerl. Sie kennen ihn nicht, Vera. Nicht so, wie ich ihn kenne. Sie ihn kennen? Sie werden noch nie von selber drauf bekommen, dass er jeden da presst. Den, der seine schmutzigen Machenschaften der DDR verbergen muss. Sei es hier schmutzig. Das geschah doch alles im Geiste von Frieden und Freundschaft. Ich habe dich damals geliebt. Ich habe dich verlassen müssen. Wurde einfach abberufen. Was kann Yvonne dafür? Lass doch wenigstens sie aus dem Spiel. Warum behältst du nicht einfach unsere guten Zeiten in Erinnerung und lebst ein neues Leben mit dem Geld? Warum flüsterst du? Damit die nette Dame mit den sauberen Händen dich nicht hören kann? Du kannst die Hälfte jetzt haben und den Rest, wenn ich meine Transaktionen beendet habe. Wie viel? Eine Million. Pressung ist ein lukratives Geschäft. Du sagst es. Eine weiße Weste ist manchen Leuten deine Menge wert. Ich schweige. Und sie zahlen. Danke für das Geständnis. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum? Du hättest mir versprochen, nicht mehr zu lügen. Du wolltest einfach nicht aufhören. Sie hat dich dazu gezwungen. Nein, Stefan. Du hast mich dazu gezwungen. Du hast mich dazu gezwungen. Musik Man sagt, eine gute Ehefrau merkt, wenn ihr Mann ihr untreu ist, weil sie die Untreue in seinen Augen erkennen kann. Warten Sie, ich komme Sie gleich wieder abholen. Nach allem, was ich von Ihnen weiß, sind Sie eine gute Ehefrau und doch frage ich mich, wissen Sie, dass Ihr Mann Sie jahrelang betrogen hat? Ich kann Ihnen alles über die andere Frau erzählen, aber Sie müssen weit reisen, um mich zu treffen. Ich bin im Gefängnis. Vera Glaubitz Kommen Sie, die Handlasche bitte in Schließfach. Zigaretten können Sie mitnehmen. Bitte. Bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Yvonne Schumacher? Danke, nein, ich rauche nicht. Die haben sie nur für mich mitgebracht? Ich sah auch mal so gut aus. Aber jetzt bin ich schon seit fünf Jahren hier drin. Das Essen ist mies, billige Seife ist natürlich alles Gift für die Haut. Das hatte ich früher nicht. Ich habe sie mir auch anders vorgestellt, die Kleine. Ich habe gedacht, sie wären blond, wie ich. Sie haben sich vorgestellt, wie ich aussehe? Sie sind hübsch. Eigentlich richtig schön. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ihr mal mit einer anderen Frau... Verstehen Sie, als ich Ihren Brief bekam? Warum glauben Sie mir? Ich bin doch eine Kriminelle. Ich könnte eine Mörderin sein. Sind Sie eine? Nein. Bitte, Sie brauchen mir nichts zu erzählen. Ich meine von sich. Ich möchte bloß wissen, wer diese andere Frau ist. Und wie lange... Dann werde ich wieder gehen. Sie haben nicht gut geschlafen, stimmt's? Sehe ich Ihnen an. Sie haben wach gelegen, haben sich mir eine andere Frau vorgestellt. Das ist ein Albtraum, nicht? Aber glauben Sie mir, das ist nichts im Vergleich mit dem, was mir passiert ist. Oh! Jungs. Wie alt? Sind erwachsen. Und Ihr Mann war natürlich immer ein guter Vater. Ja. Haben Sie aber Glück gehabt. Ich war ledige Mutter. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was das bedeutet. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass meine Tochter ohne Vater aufwachsen muss. Plötzlich war dann dieser Mann da, Peter. Der kümmerte sich um Sie. Spielte mit ihr. Und das reichte mir, um mich ins Bett zu kriegen. Ich glaube, es wird doch falsch, hierher zu kommen. Ja, sicher war es das. Sie führen doch ein herrliches Leben mit Ihrem Traummann. Was regt sich eigentlich so auf, nur weil er fremd geht? Entschuldigen Sie. Normalerweise erkenne ich einen Ossi sofort. Sie haben wahrscheinlich schnell dazugelernt, nachdem Sie umgezogen sind. Woher wissen Sie, dass wir umgezogen sind? Hat Sie Ihnen das gesagt? So wie Sie aussehen, scheint es Stefan ja ganz gut zu gehen. Hat er eine dicke Rente von drüben kassiert? Oder konnten Sie was von Ihrem mächtigen Lehrerinnengehalt zurücklegen? Also gut. Jemand hat Ihnen eine Menge über uns erzählt. Das war ja schon aus Ihrem Brief ersichtlich. Sie vergessen aber anscheinend, warum ich hier bin. Sie haben mir immer noch nichts über diese Frau gesagt. Tja, warten Sie noch ab. Es kommt schon noch. Warum kommt Sie nicht einfach auf den Punkt? Weil es mir sehr wichtig ist, dass Sie begreifen, dass ich früher mal anders war. Ich war nämlich so wie Sie. So nett. Sie war nett. Wie schön. Ja, ich war nett. Und schön. Und intelligent. Ich habe damals im Auswärtigen Amt gearbeitet. Ich hatte Zugang zu allen geheimen Sachen. Ich hatte überhaupt keine Angst, als ich zum ersten Mal illegale Kopien aus dem Gebäude geschafft habe. Ich habe ja geglaubt, das sei für eine gute Sache. Einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Dass ich so gut lügen konnte, davon war ich ja selber überrascht. Ich nahm ein paar Dokumente mit und plötzlich war ich Spionen. Hätten Sie gar kein schlechtes Gewissen? Nein. Peter hatte mir gesagt, er arbeitete an einem Friedensinstitut in Wien. Und er würde die Unterlagen sowieso bekommen. Und die Bürokratie sah eben so langsam und es wäre eine große Hilfe für ihn, wenn er die Dokumente vorher schon mal einsehen könnte. Die Unterlagen sollten doch für einen Frieden sein. Für einen Weltfrieden. Klingt total lächerlich. Ja, für mich war das aber nicht lächerlich damals. Das war eine andere Zeit. Wir waren doch alle damals für einen Frieden. Verzeihen Sie, aber dazu wirken Sie auf mich zu intelligent. Dankeschön. Heute bin ich auch schlauer. Aber damals war ich zum ersten Mal richtig verliebt. Erinnern Sie sich daran, wie das ist? Ich bin immer noch verliebt. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mir Ihre Lebensgeschichte anhören. Ich habe ihm alles geglaubt. Alles, was er mir erzählt hat. Er, der Wissenschaftler. Was für ein Wissenschaftler? Na, für ein Friedensinstitut. Ja, wenn man ein braves, katholisches Mädchen verführt, dann kann man ihm alles erzählen. Sie sind katholisch? Im Rheinland sind wir alle katholisch. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es hat mal eine Zeit gegeben, wie hätte mir das viel bedeutet, wenn er es jemand zu mir gesagt hätte. Soviel ich weiß, hat Ihr Mann ja bei der Stasi gearbeitet. Ist ja auch nicht gerade eine Institution mit hohen moralischen Ansprüchen. Kennen Sie meinen Mann? Und Sie glauben, Sie haben als Ehefrau damit gar nichts zu tun? Und dann sind Sie auch noch reich? Wir sind nicht reich. Naja. Also alles relativ. Es ist lange her, dass Stefan für die HVA gearbeitet hat. Und es war nicht illegal. Ja, selbstverständlich. Er hat ja für die Regierung gearbeitet. Haben Sie sich denn mal gefragt, was er da so gemacht hat? Und wenn er Sie gebeten hätte, ihm zu helfen, hätten Sie sich geweigert? Das hätte mein Mann nie von mir verlangt. Oh, das ist aber schön, dass Sie ihn als moralische Instanz sehen. Das war nämlich Ihre gute alte Stasi, die meinen Peter zu einem Romeo ausgebildet hat. So hießen die nämlich. Die Stasi hat ihm den Auftrag gegeben, mich zu verführen. Und was hat das mit Stefan zu tun? Hübscher Schal, den Sie da haben. Es ist Armani. Darf ich ihn mal probieren? Ich bin mir da. Oh, ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Das ist Armani. Wissen Sie, was Ihre Methode war? Nein, und ich will es auch nicht wissen. Ich habe sie erst mal an Kundschafter ausgeschickt. Der hat herausgefunden, was für eine Frau man war. Was für einen Geschmack man hatte. Was für Bücher man las. Was für Musik man hörte. Was man gerne aß, was man gerne trank. Und erst dann tauchte er auf. Und er wusste natürlich alles von einem. Man hat das Gefühl gehabt, man hat seinen Seelenpartner getroffen. Wissen Sie, wie die das nennen? Ficken fürs Vaterland. Sprechzeit zu Ende. Was soll das heißen? Wir haben nur eine Stunde. Wir sind doch noch nicht fertig. Dann müssen Sie wiederkommen. Es ist ziemlich weit. Ganz wie Sie wollen. Aber wir brauchen doch bloß noch fünf Minuten. Wie bitte? Ich habe Ihnen aber noch sehr viel mehr zu erzählen. Ich habe Ihnen bereits fünf Minuten mehr. Sagen Sie mir wenigstens, wie sie heißt. Bei den Schalen. Kommen Sie, ich bringe Sie wieder nach draußen. So. Weiter. Weiter. Geradeaus. Geradeaus. Und stopp. Jetzt. Guck mal da, Yvonne. Das gehört hier. Sie haben also mit Stefan gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Haben Sie ihm auch gesagt, dass wir uns getroffen haben? Nein. Klug von Ihnen. Ist das für mich? Ja. Ist Ihnen rausgerutscht, stimmt's? Ich habe mir schon gedacht, dass so etwas passiert. Hat er geweint? Ja. Die Heulnummer ist ziemlich überzeugend, nicht? Die hat er bei mir immer abgezogen, wenn ich nicht weitermachen wollte. Ich habe ihn so gut wie nie geinsehen. Vielleicht mal wechselt er uns hier. Versuchen Sie es mit Humor zu nehmen. Vertrauen Sie mir. Ich soll Ihnen vertrauen? Ja, Sie können es auch lassen. Wann scheiden Sie sich? Entweder wollen Sie der Wahrheit auf den Grund gehen, oder Sie vergessen es. Und wenn ich meinem Mann glauben würde, und nicht Ihnen? Wenn ich ihm glauben würde, dass Sie eine vulgäre Schlampe sind, und dass er jede Sekunde gelitten hat, die er mit Ihnen zusammen sein musste? Was hat er Ihnen denn noch so alles erzählt? Dass es nur eine Affäre war, nichts Ernstes? Dass es mir noch Spaß gemacht hat? Er sagt, Sie hätten das Opfer gespielt, um beim Richter Mitleid zu schinden. Nein, da habe ich mir nun überhaupt keine Illusionen gemacht. Wer mag schon eine herumhurende Verräterin? Ja, aber mein Anwalt hat mich verachtet. Sie sind doch keine besonders liebenswerte Person. Also, wollen Sie weitermachen? Ich weiß nicht. Wenn Sie weitermachen wollen, schön, aber ich mache das nicht aus schwesterlicher Verbundenheit oder so'n Quatsch. 5.000 für den Anfang. Sie sind gierig. Ja, das sagt die zweite Frau immer, war die erste. Ich war die erste. 5.000 für den Anfang. Nachher will ich mehr, es ist er mir schuldig. Er wurde dazu gezwungen. Ja, am Anfang. Weil danach hat sich die Sache ja zwischen uns ein bisschen weiterentwickelt, nicht? Kein Mensch hat ihn gezwungen, eine derart intensive und lustvolle Beziehung mit der... Halt auf. Bitte. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich weiß, Sie sind ja nur an dem respektablen Teil interessiert. Die schöne Hochzeit in Weiß und die wunderhübsche kleine Kirche, mitten im Wald. Ach so, übrigens, auf der Karte sieht es aus, als wäre die Kirche ganz in ihrer Nähe. Sie können doch mal vorbeifahren. Vielleicht bringen Sie eine kleine Gedenktafel für mich an. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mir in die Augen schaut und mich dabei schamlos anlügt. Also, wenn ich Ihnen guten Rat geben darf, hören Sie doch mal auf, das so technisch zu sehen. Ob nur Ehe oder Nicht-Ehe, wir hatten eine sehr intensive sexuelle Beziehung. Als das würde mich daran stören. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er es ja gleich mitten in der Kirche mit mir getrieben. Aber dazu war ich nur zu katholisch. Ich bin 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 nur zu katholisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Sie fragen sich, warum ich so dämlich sein konnte. Das habe ich nicht gesagt. Sie sehen aber so aus, als würden Sie das denken. Ich habe mir nur überlegt, dass ich so etwas nicht getan hätte. Selbst wenn Stefan mich darum gebeten hätte. Haben Sie dann immer so genau gewusst, was er getrieben hat, wenn er weg war? Hat er über jede Stunde Rechenschaft abgelegt? Selbstverständlich nicht. Na also, Sie haben ihm vertraut. Sie konnten sich doch auch nicht vorstellen, dass er sie betrügt. Bis jetzt. Ich könnte es aber noch nicht glauben. Was haben Sie vermisst, wenn er weg war? Ihn? Den Vater Ihrer Kinder oder den Liebhaber? Weiter. Sechs? Das habe ich mir gedacht. Sie haben nicht gehabt, was ich gehabt habe. Das haben Sie nie gehabt. Darum verstehen Sie auch gar nicht, wovon ich rede. Das kann ich nicht verstehen. Dass Sie Ihr Land verraten haben und sich als verführtes Unschuldslamm darstellen. Das ist eine so blöde Geschichte. Das werden Sie noch bereuen, dass Sie das gesagt haben. Ich bereue bloß, dass ich noch mal hierher gekommen bin. Ich habe Peter geliebt, ja. Ich bin wirklich geliebt, aber ich glaube noch viel wichtiger war, es war der erste Mann, mit dem ich richtig guten Sex hatte. Eigentlich sollte ich Sie bedauern. Stattdessen widern Sie mich an. Beinahe mehr als dieser Mann, von dem Sie dauernd reden. Sind Sie jetzt fertig? Die Zeit läuft uns davon und Sie reden wieder nur über sich. Keine Angst. Wir kommen bald zum Ende meiner Geschichte. Es wird zu dem Punkt, wo Ära anfängt. Taktik, Navigation, Stolz. Unter Flankenstreck in den Garten muss noch einer kochen. Was zum Institut? Hallo. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Erzähl mal, wo wir heute waren. Im Kino ist da was gucken. War es schön? Hat Spaß gemacht. Komm, wir zeigen die mal. Okay. Möge die Macht mit dir sein. Juhi, 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 Juhi. So. Jetzt ab ins Bett. Ich komme gleich. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Zu dem Zeitpunkt waren wir fünf Jahre zusammen. Fast die ganze Zeit hatte ich spioniert. Aber ich fing an, die Nerven zu verlieren. Und er wusste, er musste den nächsten Schritt tun, damit ich weitermachte. Fuhren wir mit mir nach Holland. Holland? Ja, er hatte vorgegeben, Holländer zu sein. Habe ich das noch nicht gesagt? Fremdsprachen lernen die Stasi-Jungs immer als erstes. Aber das wissen Sie sicher. Ich lernte seine Familie kennen. Seinen älteren Bruder und dessen Frau. Und den Priester, ein Freund aus seiner Jugend. Unter Tränen gestand ich, dass ich bisher in wilder Ehe gelebt und mein Land verraten hatte. Der Priester hörte sich alles an und sagte, dass ich es ja für den Frieden tue. Du tust es für den Frieden. Die Welt benötige mehr Frieden denn je. Und dann erteile mir die Absolution. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Und dann wurden Peter und ich von dem Priester getraut, am 21. Juni. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es war der glücklichste Tag in meinem Leben. An welchem Datum war das? Es war natürlich nicht seine Familie. Es war auch kein echter Priester. Wir hatten irgendeine leere Kirche gefunden und einen ihrer Agenten in Beichschule gesetzt. Dieser Abschaum schreckt hier von nichts zurück. Das Datum. Ich hätte sie nach dem Datum gefragt. 21. Juni 1987. Ein unschuldiger, himmlischer, sonniger Morgen. Für eine vorgetäuschte Hochzeit. Aber sofort danach musste er weg. Nur, wissen Sie das? Womit hat er es begründet, von seiner eigenen Hochzeit abzuhauen? Er hat gesagt, dass er arbeiten müsste. Arbeiten? Sie waren seine Arbeit! Er ist doch nicht so gut. Er hat gemeint, Er hat er seine Arbeit! Er war so schnell. Er hat eine große Schuldiggeß. Er liter. Raffi! Papa! Zum ersten Mal hat dich darauf bestanden, dass er zu unserem Hochzeitstag nach Hause kam. Ich wollte ihn überraschen. Das ist so schlimm. Küsst ihm auf! Zehn Jahre verheiratet und immer noch verliebt! Für ihn war das alles nur ein Spiel. Das glaub ich nicht. Nachdem ich geschnappt worden bin, hab ich Peter nie wieder gesehen. Der war wie vom Erdboden verschwunden. Ich hab fünf Jahre gekriegt, hat er nichts. Nichts. Die Sprechzeit ist beendet. Und hier bin ich sugar. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Amen. Amen. Morgen. Morgen. Stefan ist schon ganz früh rausgefahren. Ja, er kann von einem neuen Boot einfach nicht genug kriegen. Es ist ja auch wunderschön. Ich kann gar nicht verstehen, weshalb der Eigentümer das weggegeben hat. Er musste es wohl verkaufen. Ja. So kann man das auch nennen. Hat Stefan dir erzählt, der ehemalige Besitzer seinen Schwierigkeiten? Ja. Das ist er. 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 Wahnsinnig. Das ist im Moment ein Dauerzustand bei dir. Lass mich sofort da rein. Nein. Mach auf! Es ist noch eine von diesen Überraschungen, die dich so nerven. Verdrückst du dir doch nicht, nur weil du schlechte Laune hast. Du Lügner. 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 Okay, okay, okay. Lügner. 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 Sag mir endlich, was los ist, verdammt noch mal! Ich weiß alles. Was weißt du? Vera Glaubitz. Seit wann weißt du es? Seit einer Weile. Du hast mir nichts gesagt. Ich hatte gehofft, dass du es mir selber sagst. Aber Yvonne, es war der kalte Krieg. Wir waren Soldaten und zu unverbrüchelten Treue verpflichtet. Treue? Ja, Treue zur Partei. Du kennst das doch. Es war verboten, unseren Familien irgendetwas darüber zu erzählen. Aber das ist doch Ewigkeiten her! Jahrelang, jahrelang hast du mit deiner anderen Frau geschlafen. Ich, ich hab doch ein Recht, das zu wissen. Nein. Das war graue eine Folge. Du verstehst doch nicht, warum ich diesen schmutzigen Teil meines Lebens vor dir verborgen habe. Die Frau sitzt deinetwegen im Gefängnis. Nein, nicht meinetwegen. Sie wusste genau, was sie tut. Es brauchte damals nur einen kleinen Anschub, damit sie für uns arbeitete. Aber sie hat dich geliebt! Wer hat dir denn das erzählt? Wer hat dir überhaupt das alles erzählt? Ach, Tochter! Sie 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 hat mir einen Brief geschrieben, in dem steht, du seist für sie wie ein Vater gewesen. Sie hat dir hierher geschrieben? Genau, das wollte ich dir ersparen. Du hast mir das alles nur verschwiegen, um mich zu schonen, ja? Das glaube ich dir nicht. Das ist aber so. Es gab immer wieder Momente, in denen ich nicht mehr konnte, und ich alles sagen wollte. Das ging nicht. Ich konnte nicht. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich war... Du kennst mich so gut. Ach, das habe ich mir geglaubt. Hast du sie geliebt? Nein. Was war es dann? Es war Befehl. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätte ich dich gar nicht erst einladen dürfen. Verstehe doch, Yvonne. Ich hatte pranische Angst, du würdest mich verlassen. Ich hätte aber trotzdem mit dir weitermachen müssen. Egal, was aus meiner Familie wird. Du hast sie auch geheiratet. Nein, ich habe sie nicht geheiratet. Du hast doch getan, als... Nein, 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 niemals. Es war... Es war... Es war nur so eine Affäre, ein... Ein... Hin und Her. Sexy... Ach, ich glaube. Ich habe sie nicht geheiratet. Ich wollte immer nur mit dir zusammen sein. Sie hat mich angelogen. Er hat sie gar nicht geheiratet. Doch, das hat er. Wollen wir wetten? Doch, das hat er. Wollen wir wetten? Na, kommen Sie schon. Sie wollen doch. Ich will nicht mit Ihnen wetten. Ja, aber Sie wollen meine Haut berühren. Die Haut berühren, die seine berührt hat. Ich hab das genauso empfunden, als Sie das erste Mal hier reinmarschiert sind. Haben Sie Angst, mich anzufassen? Rau, nicht? Früher wunderbar weiche Hände gehabt. Ich will dich auch zurück. Dich. 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 zusammengelebt hast? Indem ich mit dir gewohnt habe. Ich hatte das Haus angeblich für sie gekauft. In Wirklichkeit war es natürlich die Firma. Gewissermaßen als Lohn für ihre Agententätigkeit. Aber um sicher zu gehen, haben sie nur mich mit meinem richtigen Namen im Grundbuch eingetragen. Davon wusste sie nichts. Und sie hielt es für ein Geschenk von dir? Nein. Das war Bezahlung. Ja, war ganz klar zwischen uns. Das Haus war ein Vermögenwert, als ich es verkauft habe. Also, alles, was wir haben, stammt von da? Nein, nicht alles. Aber das erklärt, warum ich so viel investieren konnte. Denkt Sie denn nicht, dass Sie nach Ihrer Entlassung in das Haus zurück können? Sie hat während des Prozesses erfahren, dass das Haus nicht ihr gehört. Aber du hast es ihr nie selbst gesagt? Nein. Nachdem Sie mich von meiner Aufgabe entbunden hatten, habe ich nie wieder mit ihr gesprochen. Und was ist mit Ihrer Tochter? Mit dir auch nicht. Es muss etwas geschehen. Sie verdienen beide eine Entschuldigung. Eine Wiedergutmachung. Vielleicht von der alten DDR-Regierung, aber nicht von mir. Es reicht nicht an, dann die Schuld zu geben. Damals hattest du keine Wahl. Jetzt hast du sie. Sie würde meine Entschuldigung nicht annehmen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht gibt es ja etwas, was sie annehmen würde. Hm. Geld. Wir haben doch genug. Oder? Wenn du sie kennen würdest, würdest du das nicht sagen. Sie ist nicht so nett und höflich wie du. Mit uns kannst du nur weitergehen, wenn du mich nie wieder anlückst. Egal, um was es geht. Versprich mir das. Versprich es. Also gut. Lass uns gemeinsam entscheiden, was sie verdient. Ich will nur fair sein. Fair ist ein schönes Wort. Stefan hat mir nicht die volle Wahrheit gesagt. Das stimmt. Aber das habe ich auch nicht. Ich habe ihn auch angelogen. Bisher weiß er nicht, dass ich hierher komme. Und er weiß auch noch nichts von dem Geld. Ich liebe ihn. Und er liebt mich. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Sie wollen doch bloß das Geld. Ja, und zwar eine ganze Menge. Nie bloß diese lächerlichen Kröten, ja? Ich war die Hure ihres Mannes. Er hat vergessen, mich zu bezahlen. Er hat einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht. Warum müssen wir jetzt alles mit unserem Gatten absprechen? Wissen Sie eigentlich, dass sie ihr Haus in Bonn verkauft hat? Was? Ah. Hat er Ihnen das erzählt? Die Staatssicherheit hatte es doch auf seinen wirklichen Namen eintragen lassen. Und er hat es für einen Haufen Geld verkauft, während Sie hier drin sitzen. Er wollte, dass Sie von dem Geld profitieren können, wenn Sie hier wieder rauskommen. Ach, wirklich? Will er das? Wir geben Ihnen die Hälfte des aktuellen Marktwerts. Kaum die Hälfte, ich will alles. Die Hälfte ist fair. Schließlich hat er auch dort gelebt. Sie sind ja eine richtige kleine Geschäftsfrau. Ich werde herauskriegen, wie viel es wert ist. Na schön. Woher wissen Sie, dass er es machen wird? Er hat mir sein Wort gegeben. Sagen Sie mir, dass Sie nicht derart bescheuert sind. Sagen Sie mir, dass Sie hier nur eine Schau abziehen. Mein Mann hat sie auf furchtbare Weise benutzt und missbraucht. Aber das war nicht wirklich er. Ihr Peter war ein Schuft. Mein Stefan ist keiner. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie? Ganz schön pervers. Sie sind ja noch kränker im Kopf als er. Und Sie? Sie sind stolz darauf, für guten Sex Menschen umgebracht zu haben. Was haben Sie gesagt? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Ihre großartige Arbeit hat zwei Westagenden das Leben. gekostet. Stefan hat mir erzählt, dass Sie deshalb so lange hier drinsitzen müssen. Ihr Engel von einem Mann und ich, wir waren gemeinsam dafür verantwortlich. Er musste es tun. Sie nicht. Er hat zugelassen, dass ich den Tod von anderen Menschen verscheulter. Ich hatte keine Ahnung. Was haben Sie denn gedacht, was Sie da machen? Geeksrezepte klauen? Sie glauben ihm und ich mir nach allem, was ich Ihnen erzählt habe. doch lass dir ja immer noch gegen Mist auf. es ist nicht so gut. Es ist ein bisschen gekostet. Ich bin nicht so gut. Es ist so gut. Komm schon, Vera. Mein Teufel! Wissen Sie eigentlich, wo die Tochter von Frau Blabitz wohnt? Du... Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen? Warum? Bitte. Seit wann wohnen Sie hier? Schon immer. Aber Sie haben doch früher in einem Haus gelebt. Ihr Mann ist hier mit eingezogen, als ich klein war. Diese Küche war das Hochzeitsgeschenk meines Vaters an meine Mutter. Er hat alles umgebaut. Er war ganz verrückt nach neuen Geräten. Er musste zum Beispiel unbedingt einen großen Kühlschrank haben. Und er bestand darauf, unseren Alten an irgendwelche armen Leute zu verschenken. Gelen! Gelen. Gelen! Gelen! Gelen sommer! Der Kühlschrank! Prima! Das glaube ich nicht! Die haben doch gesagt, es wird mindestens ein halbes Jahr dauern mit dem Kühlschrank. Alles Liebe zum Geburtstag. Dann ist das ja also eine Mietwohnung. Ja. Er hat erzählt, ihr hätte ein eigenes Haus gehabt. Er ist ein großer Lügner. Hat er ihnen jemals Geld geschickt? Ja, vor zwei Wochen. Und er hat mir gedroht, sie in Ruhe zu lassen sonst. Was habe ich ihnen denn getan? Ich will sein Geld nicht, ich hasse ihn. Wer hat sich denn um sie gekümmert, als ihre Mutter ins Gefängnis kam? Jemand vom Jugendamt. Mein sogenannter biologischer Vater war gezwungen, die Miete zu übernehmen. Aber das war auch alles. Es tut mir sehr leid. Siehe. Wussten Sie denn nicht, dass sie die mögliche Prozess- und Anwaltskosten aufgelastet hat? Wenn sie hier rauskommt, hat sie über 50.000 Mark Schulden. Wir waren uns natürlich im Plan darüber, dass sie nie wieder ein normales Gefühlsleben haben wird. Aber sie war nie eine Gefahr für andere, bis sie gekommen sind. Wann ist es passiert? Gleich nachdem sie bei ihr waren. Nach dem Angriff auf sie hatte sie sich zunächst wieder beruhigt und wir dachten schon, das Ganze sei vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen. Aber eine Stunde später in der Wäscherei hatte sie einen weiteren Anfall. Geht es Ihnen denn besser? Es wird schon wieder. Danach hat sie versucht, sich selbst zu verletzen. Was hat sich denn zwischen Ihnen abgespielt? Sie können mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich will zu ihr. Nein, das kann ich im Moment auf keinen Fall erlauben. Ich muss bitte. Gut. Es wird alles wieder gut. Lass mich in Ruhe. Deine Zeit hier ist bald um. Und ich verspreche dir. Du wirst... ... 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 Ich habe das Wort. Raffi! Papa! Zum ersten Mal hat dich darauf bestanden, dass er zu unserem Hochzeitstag nach Hause kam. Ich wollte ihn überraschen. Du bist so schnell! Küst ihm auf! Zehn Jahre verheiratet und immer noch verliebt! Für ihn war das alles nur ein Spiel. Das glaube ich nicht. Nachdem ich geschnappt war und bin, habe ich Peter nie wieder gesehen. Der war wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe fünf Jahre gekriegt und er nichts. Nichts. Die Sprechzeit ist beendet. Erdboden bis 10 proendas. Oh ... Schuss. Musik Entschuldigen Sie Normalerweise erkenne ich einen Ossi sofort Sie haben wahrscheinlich schnell dazugelernt, nachdem Sie umgezogen sind Woher wissen Sie, dass wir umgezogen sind? Hat Sie Ihnen das gesagt? So wie Sie aussehen scheint Stefanie ja ganz gut zu gehen Hat er eine dicke Rente von drüben kassiert? Oder konnten Sie was von Ihrem mächtigen Lehrherum Gehalt zurücklegen? Also gut Jemand hat Ihnen eine Menge über uns erzählt Das war ja schon aus Ihrem Brief ersichtlich Sie vergessen aber anscheinend, warum ich hier bin Sie haben mir immer noch nichts über diese Frau gesagt Tja, warten Sie nur ab Es kommt schon noch Warum kommt Sie nicht einfach auf den Punkt? Weil es mir sehr wichtig ist, dass Sie begreifen, dass ich früher mal anders war Ich war nämlich so wie Sie So nett Sie war nett Wie schön Ja, ich war nett Und schön Und intelligent Ich habe damals im Auswärtigen Amt gearbeitet Ich hatte Zugang zu allen geheimen Sachen wen ist es hier? Ja, ich bin von dir Es war el Michael Ich bin der Ich hatte überhaupt keine Angst, als ich zum ersten Mal illegale Kopien aus dem Gebäude geschafft habe. Ich habe ja geglaubt, es sei für eine gute Sache. Einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Dass ich so gut lügen konnte, davon war ich ja selber überrascht. Ich nahm ein paar Dokumente mit und plötzlich war ich Spionen. Hätten Sie gar kein schlechtes Gewissen? Nein. Peter hatte mir gesagt, er arbeitete an einem Friedensinstitut in Wien. Und er würde die Unterlagen sowieso bekommen. Aber die Bürokratie sah eben so langsam und es wäre eine große Hilfe für ihn, wenn er die Dokumente vorher schon mal einsehen könnte. Die Unterlagen sollten doch für einen Frieden sein, für einen Weltfrieden. Klingt total lächerlich. Ja, für mich war das aber nicht lächerlich damals. Das war eine andere Zeit. Wir waren doch alle damals für einen Frieden. Verzeihen Sie, aber dazu wirkten Sie auf mich zu intelligent. Dankeschön. Heute bin ich auch schlauer. Aber damals war ich zum ersten Mal richtig verliebt. Erinnern Sie sich daran, wie das ist? Ich bin immer noch verliebt. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mir Ihre Lebensgeschichte anhören. Ich habe ihm alles geglaubt. Alles, was er mir erzählt hat. Sie sind ja noch kränker im Kopf als er. Und Sie? Sie sind stolz darauf, für guten Sex Menschen umgebracht zu haben. Was haben Sie gesagt? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Ihre großartige Arbeit hat zwei Westagenten das Leben gekostet. Stefan hat mir erzählt, dass Sie deshalb so lange hier drin sitzen müssen. Ihr Engel von einem Mann und ich, wir waren gemeinsam dafür verantwortlich. Er musste es tun. Sie nicht. Er hat zugelassen, dass ich den Tod von anderen Menschen verscheulter. Ich hatte keine Ahnung. Was haben Sie denn gedacht, was Sie da machen? Geeksrezepte klauen? Sie glauben ihm und ich mir nach allem, was ich ihnen erzählt habe. Doch lass dir ja immer noch jeden Mist auf. Tiss, du, 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 du! Komm schon! Tiss, du, du, der Finger! Komm schon, Vera! Nein, wir sind in Ordnung, du kannst nicht! Du sagst, ich geh! Du Scheiße, ich lass die Lulei hoch! Du hast nur noch sechs Monate. Fass aus hier nicht! Wir passen gut zusammen, wir beiden Teufels! Wissen Sie eigentlich, wo die Tochter von Frau Glabitz wohnt? Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen. Warum? Bitte. Seit wann wohnen Sie hier? Schon immer. Aber Sie haben doch früher in einem Haus gelebt. Ihr Mann ist hier mit eingezogen, als ich klein war. Wir müssen also die Mitle von Frau Glabitz auf presentieren. Unter dem nicht während der Kochensteckladun에는 auch zumir mit Voy ع escenoten. iguten littleen Musik Musik Morgen Morgen Stefan ist schon ganz früh rausgefahren Ja, er kann von einem neuen Boot einfach nicht genug kriegen Das ist ja auch wunderschön Ich kann gar nicht verstehen, weshalb der Eigentümer das weggegeben hat Er musste es wohl verkaufen Ja So kann man das auch nennen Musik Hat Stefan dir erzählt, der ehemalige Besitzer seinen Schwierigkeiten? Ja Das ist er Musik 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 Willem de Brink setzt Korruptionsausschuss ein Innenminister Willem de Brink hat sich gestern unter Rücksprache mit Justizministerin Eine Wiedergutmachung Vielleicht von der alten DDR-Regierung, aber nicht von mir Es reicht nicht an, dann die Schuld zu geben Damals hattest du keine Wahl Jetzt hast du sie Sie würde meine Entschuldigung nicht annehmen Da bin ich mir sicher Vielleicht gibt's ja etwas, was sie annehmen würde Hm Geld Wir haben doch genug Oder? Wenn du sie kennen würdest, würdest du das nicht sagen Sie ist nicht so nett und höflich wie du Mit uns kannst du nur weitergehen, wenn du mich nie wieder anlückst Egal Egal, um was es geht Versprich mir das Versprich es Also gut Lass uns gemeinsam entscheiden, was sie verdient Gut Ich will nur fair sein Fair ist ein schönes Wort Stefan hat mir nicht die volle Wahrheit gesagt, das stimmt Aber Das hab ich auch nicht Ich hab ihn auch angelogen Bisher weiß er nicht, dass ich hierher komme Und er weiß auch noch nichts von dem Geld Ich liebe ihn Und er liebt mich Er liebt mich, er liebt mich nicht Er liebt mich, er liebt mich nicht Sie wollen doch bloß das Geld Ja und zwar eine ganze Menge Nicht nur diese lächerlichen Kröten, ja Ich war die Hure ihres Mannes Er hat vergessen mich zu bezahlen Er hat einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht Warum müssen wir jetzt alles mit unserem Gatten absprechen Wissen sie eigentlich, dass sie ihr Haus in Bonn verkauft hat? Was? Hat er ihnen das erzählt? Die Staatssicherheit hat er es doch auf seinen wirklichen Namen eintragen lassen Und er hat es für einen Haufen Geld verkauft, während sie hier drin sitzen Er wollte, dass sie von dem Geld profitieren können, wenn sie hier wieder rauskommen Ach wirklich? Will er das? Wir geben ihnen die Hälfte des aktuellen Marktwerts Kaum die Hälfte, ich will alles Die Hälfte ist fair Schließlich hat er auch dort gelebt Sie sind ja eine richtige kleine Geschäftsfrau Ich werde rauskriegen, wie viel das wert ist Na schön Woher wissen Sie, dass er es machen wird? Er hat mir sein Wort gegeben Sagen Sie mir, dass Sie nicht derart bescheuert sind Sagen Sie mir, dass ich hier nur eine Schauer abziehen Nichts Die Sprechzeit ist beendet 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 Morgen Stefan ist schon ganz früh rausgefahren Ja, er kann von einem neuen Boot einfach nicht genug kriegen Es ist ja auch wunderschön Ich kann gar nicht verstehen, weshalb der Eigentümer das weggegeben hat Er musste es wohl verkaufen Ja So kann man das auch nennen Hat Stefan dir erzählt, der ehemalige Besitzer seien Schwierigkeiten? Ja Das ist er Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin bloß hier, weil ich vorhabe, Stefan zu bezeihen Danke Ich weiß, dass er ein guter Mensch ist Der etwas Schreckliches getan hat, ja Aber dann hat er sich verloren Ich möchte gern begreifen, was ihn so weit getrieben hat Ich verstehe, wir führen jetzt professionelle Recherchen durch Darum müssen Sie immer sogar hessig sein Wenn es Spaß macht Sie können keine Rache üben, indem Sie mich quälen Selbst wenn Sie mir eine Kugel durch den Kopf jagen, haben Sie sich immer noch nicht an Ihnen gerecht Also Wenn Sie Geld wollen Da antworten Sie meine Fragen, ja? Hey Ihre Persönlichkeit entwickelt sich Sehen Sie, ich bin immer noch eine ausgezeichnete Sekretärin Bevor ich das gar nicht werden wollte Was wollten Sie denn werden? Ich habe ganz was anderes studiert Vor allem wurde ich schwanger und musste Geld verdienen Ja Rot sind die Lügen Blau die Wahrheit Wie oft haben Sie ihn gesehen? Er war die Hälfte der Zeit Wie die Hälfte? Ja, wir waren Eine Familie Wir haben zusammen gelebt Genau wie Sie Nein Mit Ihnen sprechen Warum? Bitte Bitte Seit wann wohnen Sie hier? Schon immer Aber Sie haben doch früher in einem Haus gelebt Ihr Mann ist hier mit eingezogen, als ich klein war Diese Küche war das Hochzeitsgeschenk meines Vaters an meine Mutter Er hat alles umgebaut Er war ganz verrückt nach neuen Geräten Er musste zum Beispiel unbedingt einen großen Kühlschrank haben Und er bestand darauf unseren Alten an irgendwelche armen Leute zu verschenken einigen Ich Hello vorabraum sich einigen Der Kühlschrank! Prima! Das glaube ich nicht. Die haben doch gesagt, es würde mindestens ein halbes Jahr dauern mit dem Kühlschrank. Alles Liebe zum Geburtstag. Dann ist das ja also eine Mietwohnung. Ja. Er hat erzählt, ihr hätte ein eigenes Haus gehabt. Er ist ein großer Lügner. Hat er ihnen jemals Geld geschickt? Ja, vor zwei Wochen. Und er hat mir gedroht, sie in Ruhe zu lassen sonst. Was habe ich ihnen denn getan? Ich will sein Geld nicht. Ich hasse ihn. Unseren Familien irgendetwas darüber zu erzählen. Aber das ist doch Ewigkeiten her! Jahrelang, jahrelang hast du mit einer anderen Frau geschlafen. Ich habe doch ein Recht, das zu wissen! Nein! Das war grauenvoll. Du verstehst doch nicht, warum ich diesen schmutzigen Teil meines Lebens vor dir verborgen habe. Die Frau sitzt deinetwegen im Gefängnis. Nein, nicht meinetwegen. Sie wusste genau, was sie tut. Sie brauchte damals nur einen kleinen Anschub, damit sie für uns arbeitete. Aber sie hat dich geliebt! Wer hat dir denn das erzählt? Wer hat dir überhaupt das alles erzählt? Ihre Tochter! Sie... Sie hat mir einen Brief geschrieben, in dem steht, du seist für sie wie ein Vater gewesen. Sie hat dir hierher geschrieben? Genau das wollte ich dir ersparen. Du hast mir das alles nur verschwiegen, um mich zu schonen, ja? Das glaube ich dir nicht! Ist aber so! Es gab immer wieder Momente, in denen ich nicht mehr konnte und ich alles sagen wollte. Das ging nicht. Ich... Ich konnte nicht. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich wohn! Du kennst mich so gut! Ach, das habe ich mir geglaubt! Hast du sie geliebt? Nein. Was war es dann? Es war Befehl! Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätte ich dich gar nicht erst heiraten dürfen! Verstehe doch, Yvonne! Ich hatte panische Angst, du würdest mich verlassen! Ich hätte aber trotzdem mit ihr weitermachen müssen! Egal, was aus meiner Familie wird! Du hast sie auch geheiratet! Nein, ich habe sie nicht geheiratet! Du hast doch getan, als... Nein, 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 niemals! Es war... es war... nur so... eine Affäre, ein... ein... hin und her... Sech sie ach es lang! Sech sie ach es lang! Sech sie ach es lang! Nachdem ich geschnappt war und bin, habe ich Peter nie wieder gesehen! Der war wie vom Erdboden verschwunden! Ich habe fünf Jahre gekriegt und er nichts! Nichts! Die Sprechzeit ist beendet! Die Sprechzeit ist beendet! Die Sprechzeit ist beendet! Der war sicher. Die Sprechzeit ist beendet! Die Sprechzeit ist beendet! Die Sprechzeit ist beendet! Die Sprechzeit sind in den Verwärts. Die Sprechzeit ist in den Verwärts, eine Steven paycheck verse und die Sprechzeit denkt. Die Sprechzeit ist sobreücksch needig. Die Sprechzeit ist ein Ger из Wärtschδήchen. Musik Musik Morgen! Morgen! Stefan ist schon ganz früh rausgefahren. Ja, er kann von einem neuen Boot einfach nicht genug kriegen. Das ist ja auch wunderschön. Ich kann gar nicht verstehen, weshalb der Eigentümer das weggegeben hat. Er musste es wohl verkaufen. Ja, so kann man das auch nennen. Hat Stefan dir erzählt, der ehemalige Besitzer seinen Schwierigkeiten? Ja. Ah, ich bin fix so fertig. Warum hat das so lange gedauert? Ich wollte deine Rostlaube voll tanken. Und auf einmal fängt die Benzinleitung an, wie verrückt zu lecken. So ein großes Loch. Bitte sag mir, wo du in den letzten Stunden gewesen bist. Ich saß an der Tankstelle fest. Da kam dieser alte Knacker, dem sie gehört, und wollte mir unbedingt helfen. Und das hat ewig gedauert. Ach, er wollte ja so ein Teil aus Metall um die Benzinleitung legen. Und dann hat das mit dem Verlöten nicht geklappt. Das glaube ich dir nicht. Was glaubst du nicht? Sag mir einfach, wo du warst. Ich habe drei Stunden darauf gewartet, dass ein 80-Jähriger dein Auto zusammenflickt. Ich dachte, ein Ex-Spion könnte besser lügen. Ex-Spion? Lügen ist wie Fahrrad fahren, stimmt's? Man verlernt's nie. Ich geh ins Bett. Ich bin müde. Das Ding ist auf Malz und Hopfen verloren gegangen. Du wirst es austauschen müssen. Hopfen und Malz. Wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ach, hat Stefan dir nichts erzählt? Nein. Na ja, vor dem Fall der Mauer war ich öfters in Dresden, in Leipzig und auch in Ost-Berlin. Und warum? Damals war ich vom Kommunismus fasziniert. Viele von uns haben dann geglaubt, aus der Ferne. Mich haben sogar einige aus der DDR hier besucht. Aber Stefan, bist du früher nie begegnet, oder? Entschuldige. Kind muss in die Schule. Was ist los, Rathien? Tante geputzt? Das war ich. Danke, Yvonne. Komm mal. Danke, Rathien. Du bist ja früh auf. Es tut mir leid. Warum sagst du mir nicht einfach die Wahrheit? Du bist losgefahren und hast Milch besorgt, weil sie in dem ollen Kühlschrank mal wieder sauer geworden ist. Stimmt's? Ach, nein. Ich würde dich so gerne noch viel mehr verwöhnen. Aber du lässt es ja nicht zu. Und verraten hatte. Ich habe mein Land vor... Der Priester hörte sich alles an und sagte, dass ich es ja für den Frieden tue. Du tust es für den Frieden. Die Welt benötige mehr Frieden denn je. Und dann erteilt er mir die Absolution. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Und dann wurden Peter und ich von dem Priester getraut, am 21. Juni. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es war der glücklichste Tag in meinem Leben. An welchem Datum war das? Es war natürlich nicht seine Familie. Es war auch kein echter Priester. Wir hatten irgendeine leere Kirche gefunden und einen ihrer Agenten in Beichschule gesetzt. Dieser Abscham schreckt hier für nichts zurück. Das Datum? Ich hätte Sie nach dem Datum gefragt. 21. Juni 1987. Ein unschuldiger... ...hemmlischer, sonniger Morgen. Für eine vorgetäuschte Hochzeit. Aber sofort danach musste er weg. Woher wissen Sie das? Womit hat er es begründet, von seiner eigenen Hochzeit abzuhauen? Er hat gesagt, dass er arbeiten müsste. Arbeiten? Sie waren seine Arbeit! ... ... ... ... Nein, 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 nein. Lassi! Papa! Zum ersten Mal hat sich darauf bestanden, dass er zu unserem Hochzeitstag nach Hause kam. Ich wollte ihn überraschen. Oh, das ist so schlimm. Füßt ihm auf! Zehn Jahre verheiratet und immer noch verliebt. Bitte? Ich habe Ihnen aber noch sehr viel mehr zu erzählen. Ich habe Ihnen bereits fünf Minuten gelegt. Sag es mir, wie sie heißt. Mein Schal! Kommen Sie, ich bringe Sie wieder nach draußen. So, weiter, geradeaus. Geradeaus. Und stopp. Jetzt. Guck mal da, Yvonne. Das gehört dir. Sie haben also mit Stefan gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Haben Sie ihm auch gesagt, dass wir uns getroffen haben? Nein. Klug von Ihnen. Ist das für mich? Hm. Ist Ihnen rausgerutscht, stimmt's? Ich habe mir schon gedacht, dass so etwas passiert. Hat er geweint? Ja. Die Heulnummer ist ziemlich überzeugend, nicht? Die hat er bei mir immer abgezogen, wenn ich nicht weitermachen wollte. Ich habe ihn so gut wie nie bei ihm gesehen. Vielleicht verwechselt er uns hier. Versuchen Sie es mit Humor zu nehmen. Vertrauen Sie mir. Ich soll Ihnen vertrauen? Ja, Sie können es auch lassen. Wann scheiden Sie sich? Entweder wollen Sie der Wahrheit auf den Grund gehen oder Sie vergessen es. Und wenn ich meinem Mann glauben würde und nicht Ihnen? Wenn ich ihm glauben würde, dass Sie eine vulgäre Schlampe sind und dass er jede Sekunde gelitten hat, die er mit Ihnen zusammen sein musste? Was hat er Ihnen denn noch so alles erzählt? Dass es nur eine Affäre war, nichts Ernstes? Dass es mir noch Spaß gemacht hat? Er sagt, Sie hätten das Opfer gespielt, um beim Richter Mitleid zu schinden. Nee. Da habe ich mir nun überhaupt keine Illusionen gemacht. Wer mag schon eine herumhurende Verräterin? Ja, bis mein Anwalt hat mich verachtet. Sie sind doch keine besonders liebenswerte Person. Ich habe immer nur dir gehört. Und ich will dich zurück. Wie hast du das hierher geschafft? Ich habe es für einen Sportpreis gekriegt. Der Eigentümer ist pleite und hat seit Monaten die Linke Kost nicht bezahlt. Ach, deswegen die ganze Zeit dieser Heimlichtuerei. Und du hast wirklich nichts geahnt? Nein. Nein. Es war gar nicht so einfach, es vor dir zu verheimlichen. Wenn du heute nicht einen Ausflug gemacht hättest, dann hätte ich es nicht geschafft. Ein, zwei Mal habe ich gedacht, du gelauscht mich am Telefon. Ach, Mist. Was ist? Es war. Mit dem Kühlschrank ist alles in Ordnung. Da ist ein Schadenfläche in unserer schönen Küche. Du weißt, wie sehr ich dieses alte Ding liebe. Das Einzige, was uns von früher geblieben ist. Du und die Jungs, ihr seid die Einzigen aus dieser deprimierenden Zeit, an denen ich hänge. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich ihn will verkopen. Willem wird zu oud um zu erzählen. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben uns einfach gewacht. Herr Roy? Ja. Dein Holländisch wird immer besser. Bedankt. Über Bote kann ich mich in jeder Sprache unterhalten. Hallo, Lelie. Hi. Ich habe Henk gesagt, du würdest auf Kathi aufpassen, während wir deinen Wagen holen. Belästiger Henk nicht damit. Ich kann mitkommen. Nee, Kathi würde gerne was Zeit mit dir verbringen. Oder? Ist es dir nicht recht? Natürlich ist es ihr recht. Yvonne sehnt sich nach Kindern. Früher hatte ich jeden Morgen fünfundzwanzig von ihnen. Nach Liefi. Nachs Tag. Komm noch, Yvonne. Da. Da. Ah, ich bin fix so fertig. Warum hat das so lange gedauert? Ich wollte deine Rostlaube volltanken. Und auf einmal fängt die Benzinleitung an, wie verrückt zu lecken. So ein großes Loch. Du hast nie aufgehört, mich zu belügen. Ich werde es nie wieder tun. Verspreche es dir. Welches Versprechen hast du denn jemals gehalten? Jemand wie sie kann sich doch nicht zwischen uns drängen. Es tut mir leid, dass du das alles nochmal durchleben musst. Alles was? Meinen Sie etwa mich? Das Flittchen? Du kriegst das Geld. Aber lass meine Frau in Ruhe. Das gilt genauso für deine ausgeflippte Tochter. Hör auf, Stefan, bitte. Was machen Sie jetzt in Rückzieher? Lass Sie in Ruhe, habe ich gesagt. Keine Angst. Ich tue normalerweise nie mal um das. Nur wenn ich irgend so ein Miststück sehe, dessen ehemaligen Stasi-Agenten... Hör auf den Mund! Der Bombkopf in der ganzen Welt hat! Du hast recht. Wir beide müssen uns vor ihr schützen. Ja, ja, ganz recht. Ganz recht. Ich bin nämlich die Expertin für die perverse Seite deines kriminellen Verstandes. Sie wollte es mir ja nicht glauben, aber ich habe ihr gesagt, sie sollte es doch mal mit 21.06.87 probieren. Unser aller Hochzeitstag. Wie rührend. Und wie bequem. War sehr hilfreich, deine Konten in der ganzen Welt zu finden. Unser Peter Stefan ist tatsächlich ein reicher Mann. Woher willst du das wissen? Hältst du mich für so dumm, bei Transaktionen meinen eigenen Namen zu benutzen? Wie wär's denn mit einer in Australien eingetragenen Firma? SP Sailboats International. Eine alte BND-Connection. Ist immer schon gerissen gewesen. Intelligent, aber irre. Perfekte Kombination. Es bleiben dir zwei Möglichkeiten. Mich denselben Leuten auszuliefern, die dich ins Gefängnis gesteckt haben. Ungerecht, langes Gewicht zu. Oder reich zu werden. Du warst und bist ein scheiß Kerl. Sie kennen ihn nicht, Vera. Nicht so, wie ich ihn kenne. Sie ihn kennen? Sie werden noch nie von selber drauf bekommen, bis er jeden da presst. Stehen dir seine schmutzigen Machenschaften, die er der DDR verbergen muss. Sei es dir schmutzig. Es geschah doch alles im Geiste von Frieden und Freundschaft. Ich habe dich damals geliebt. Ich habe dich verlassen müssen. Wurde einfach abberufen. Was kann Yvonne dafür? Lass doch wenigstens sie aus dem Spiel. Warum behältst du nicht einfach unsere guten Zeiten in Erinnerung und lebst ein neues Leben mit dem Geld? Sexy, ach, ich lau. Ich wollte immer nur mit dir zusammen sein. Sie hat mich angelogen. Er hat sie gar nicht geheiratet. Doch, das hat er. Wollen wir wetten? Na, kommen Sie schon. Sie wollen doch. Ich will nicht mit Ihnen wetten. Ja, aber Sie wollen meine Haut berühren. Die Haut berühren, die seine berührt hat. Ich habe es genauso empfunden, als Sie das erste Mal hier reinmarschiert sind. Haben Sie Angst, mich anzufassen? Rau, nicht? Ich habe früher wunderbar weiche Hände gehabt. Sie haben also mit Stefan gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Haben Sie ihm auch gesagt, dass wir uns getroffen haben? Nein. Klug von Ihnen. Ist das für mich? Ja. Ist Ihnen rausgerutscht, stimmt's? Ich habe mir schon gedacht, dass so etwas passiert. Hat er geweint? Ja. Die Heulnummer ist ziemlich überzeugend, nicht? Die hat er bei mir immer abgezogen, wenn ich nicht weitermachen wollte. Ich habe ihn so gut wie nie wein gesehen. Vielleicht mal wechselt er uns hier. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mir Ihre Lebensgeschichte anhören. Ich habe ihm alles geglaubt. Alles, was er mir erzählt hat. Er. Der Wissenschaftler. Was für ein Wissenschaftler? Na, für ein Friedensinstitut. Ja, wenn man ein braves, katholisches Mädchen verführt, dann kann man ihm alles erzählen. Sie sind katholisch? Im Rheinland sind wir alle katholisch. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es hat mal eine Zeit gegeben, wer hätte mir das viel bedeutet, wenn er es jemand zu mir gesagt hätte. Soviel ich weiß, hat Ihr Mann ja bei der Stasi gearbeitet. Ist ja auch nicht gerade eine Institution mit hohen moralischen Ansprüchen. Kennen Sie meinen Mann? Und Sie glauben, Sie haben als Ehefrau damit gar nichts zu tun. Und dann sind Sie auch noch reich? Wir sind nicht reich. Naja. Also alles relativ. Es ist lange her, dass Stefan für die HVA gearbeitet hat. Und es war nicht illegal. Selbstverständlich, er hat ja für die Regierung gearbeitet. Haben Sie sich denn mal gefragt, was er da so gemacht hat? Und wenn er Sie gebeten hätte, ihm zu helfen, hätten Sie sich geweigert? Das hätte mein Mann nie von mir verlangt. Oh. Das ist aber schön, dass Sie ihn als moralische Instanz sehen. Das war nämlich Ihre gute alte Stasi, die meinen Peter zu einem Romeo ausgebildet hat. So hießen die nämlich. Die Stasi hat ihm den Auftrag gegeben, mich zu verführen. Und was hat das mit Stefan zu tun? Hübscher Schal, den Sie da haben. Es ist Armani. Darf ich ihn mal probieren? Ich kann einfach nicht glauben, dass er mir in die Augen schaut und mich dabei schamlos anlügt. Also, wenn ich Ihnen guten Rat geben darf, hören Sie doch mal auf, das so technisch zu sehen. Ob nur Ehe oder nicht Ehe, wir hatten eine sehr intensive sexuelle Beziehung. als das würde mich daran stören. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er es ja gleich mitten in der Kirche mit mir getrieben. Aber dazu war ich nun zu katholisch. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe den T-Gang mitgebracht. Bitte. Amen. Yvonne Schuhmacher? Woher haben wir all das Geld? Ich hab's das Haus verkauft. Welches Haus? Das, in dem du mit ihr zusammengelebt hast? In dem ich mit dir gewohnt habe. Ich hatte das Haus angeblich für sie gekauft. In Wirklichkeit war es natürlich die Firma. Gewissermaßen als Lohn für ihre Agententätigkeit. Aber um sicher zu gehen, haben sie nur mich mit meinem richtigen Namen im Grundbuch eingetragen. Davon wusste sie nichts. Und sie hielt das für ein Geschenk von dir? Nein, das war Bezahlung. War ganz klar zwischen uns. Das Haus war ein Vermögenwert, als ich es verkauft habe. Also, alles, was wir haben, stammt von da? Nein, nicht alles. Aber das erklärt, warum ich so viel investieren konnte. Denkt sie denn nicht, dass sie nach ihrer Entlassung in das Haus zurück kann? Sie hat während des Prozesses erfahren, dass das Haus nicht ihr gehört. Aber du hast es ihr nie selbst gesagt? Nein. Nachdem sie mich von meiner Aufgabe entbunden hatten, habe ich nie wieder mit ihr gesprochen. Und was ist mit ihrer Tochter? Mit dir auch nicht. Es muss etwas geschehen. Sie verdienen beide eine Entschuldigung. Eine Wiedergutmachung. Vielleicht von der alten DDR-Regierung, aber nicht von mir. Es reicht nicht an, dann die Schuld zu geben. Damals hattest du keine Wahl. Jetzt hast du sie. Sie würde meine Entschuldigung nicht annehmen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht gibt's ja etwas, was sie annehmen würde. Hm. Geld. Wir haben doch genug, oder? Wenn du sie kennen würdest, würdest du das nicht sagen. Sie ist nicht so nett und höflich wie du. Mit uns kannst du nur weitergehen, wenn du mich nie wieder anlückst. Egal, um was es geht. Versprich mir das. Versprich es. Also gut. Lass uns gemeinsam entscheiden, was sie verdient. Sie sich geweigert? Das hätte mein Mann nie von mir verlangt. Oh. Das ist aber schön, dass Sie ihn als moralische Instanz sehen. Das war nämlich Ihre gute alte Stasi, die meinen Peter zu einem Romeo ausgebildet hat. So hießen die nämlich. Die Stasi hat ihm den Auftrag gegeben, mich zu verführen. Und was hat das mit Stefan zu tun? Hübscher Schal, den Sie da haben. Es ist Armani. Darf ich ihn mal probieren? Hübscher Schal. Hübscher Schal. Hübscher Schal. Hübscher Schal. bobden... Wissen Sie, was Ihre Methode war? Nein, und ich will es noch nicht wissen. Wir haben uns erst mal einen Kundschafter ausgeschickt. Der hat herausgefunden, was für eine Frau man war. Was für einen Geschmack man hatte. Was für Bücher man las. Was für Musik man hörte. Was man gerne aß, was man gerne trank. Und erst dann tauchte er auf. Und der wusste natürlich alles von einem. Man hat das Gefühl gehabt, man hat seinen Seelenpartner getroffen. Wissen Sie, wie die das machen? Ficken fürs Vaterland. Sprechzeit zu Ende. Was soll das heißen? Wir haben nur eine Stunde. Wir sind doch noch nicht fertig. Dann müssen Sie wiederkommen. Es ist ziemlich weit. Ganz wie Sie wollen. Aber wir brauchen doch bloß auf fünf Minuten. Wie bitte? Ich habe Ihnen aber noch sehr viel mehr zu erzählen. Ich habe Ihnen bereits fünf Minuten gelegt. Sagen Sie mir wenigstens, wie sie heißt. Mein Schal! Kommen Sie. Ich bringe Sie wieder nach draußen. So, weiter, geradeaus. Geradeaus. Und stopp. Jetzt. Guck mal da, Yvonne. Das gehört dir. Ich finde, dass er erst mal sein Stuttgart hat. Wenn er das Publikum abschließen sollte. Sonst nichts. Mit 21 ist er viel zu jung, um zu heiraten. Ich war auch 21. Ich weiß. Aber ich hatte Glück. Du warst eine perfekte Mutter. In einer Ehe geht es nicht nur um Kinder. Okay, okay, okay. Du warst auch immer eine perfekte Ehefrau. Ich mach dich. Musik 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 Ich bin bloß hier, weil ich vorhabe, Stefan zu bezeigen. Oh, danke. Ich weiß, dass er ein guter Mensch ist, der etwas Schreckliches getan hat, ja, aber dann hat er sich verloren. Ich möchte gern begreifen, was ihn so weit getrieben hat. Ich verstehe, wir führen jetzt professionelle Recherchen durch. Hat er sich gekümmert, als ihre Mutter ins Gefängnis kam? Jemand vom Jugendamt. Mein sogenannter biologischer Vater war gezwungen, die Miete zu übernehmen, aber das war auch alles. Es tut mir sehr leid. Sehr. Wussten Sie denn nicht, dass sie die mögliche Prozess- und Anwaltskosten aufgelastet hat? Wenn sie hier rauskommt, hat sie über 50.000 Mark Schulden. Wir waren uns natürlich im Klaren darüber, dass sie nie wieder ein normales Gefühlsleben haben wird, aber sie war nie eine Gefahr für andere. Bis sie gekommen sind. Wann ist das passiert? Gleich nachdem sie bei ihr waren. Nach dem Angriff auf sie hatte sie sich zunächst wieder beruhigt und wir dachten schon, das Ganze sei vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen, aber eine Stunde später in der Wäscherei hatte sie einen weiteren Anfall. Geht es Ihnen denn besser? Es wird schon wieder. Danach hat sie versucht, sich selbst zu verletzen. Was hat sich denn zwischen Ihnen abgespielt? Sie können mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich will zu ihr. Nein, das kann ich im Moment auf keinen Fall erlauben. Ich muss bitte. Gut. Es wird alles wieder gut. Lass mich in Ruhe. Deine Zeit hier ist bald um und ich verspreche dir, du wirst genug Geld haben, um nochmal ganz von vorn anzufangen. Ich verspreche es. Ich brauche nichts. Für mich ist alles vorbei. Nichts ist vorbei. Ich verspreche es mal. Ich verspreche es mal. Ich verspreche es mal. Pass gut zusammen, ihr beiden Teufels! Wissen Sie eigentlich, wo die Tochter von Frau Glabitz wohnt? Was wollen Sie mit Ihnen sprechen? Warum? Bitte. Seit wann wohnen Sie hier? Schon immer. Aber Sie haben doch früher in einem Haus gelebt. Ihr Mann ist hier mit eingezogen, als ich klein war. Diese Küche war das Hochzeitsgeschenk meines Vaters an meine Mutter. Er hat alles umgebaut. Er war ganz verrückt nach neuen Geräten. Er musste zum Beispiel unbedingt einen großen Kühlschrank haben. Und er bestand darauf, unseren Alten an irgendwelche armen Leute zu verschenken. Der Kühlschrank! Prima! Das glaube ich nicht! Die haben doch gesagt, es wird mindestens ein halbes Jahr dauern mit dem Kühlschrank. Fragen Sie sich, warum ich so dämlich sein konnte. Das habe ich nicht gesagt. Sie sehen aber so aus, als würden Sie das denken. Ich habe mir nur überlegt, dass ich so etwas nicht getan hätte. Selbst wenn Stefan mich darum gebeten hätte. Haben Sie dann immer so genau gewusst, was er getrieben hat, wenn er weg war? Hat er über jede Stunde Rechenschaft abgelegt? Selbstverständlich nicht. Na also. Sie haben ihm vertraut. Sie konnten sich doch auch nicht vorstellen, dass er sie betrügt. Bis jetzt. Ich kann es aber noch nicht glauben. Was haben Sie vermisst, wenn er weg war? Ihn? Den Vater Ihrer Kinder oder den Liebhauger? Weiter. Sex? Das habe ich mir gedacht. Sie haben nicht gehabt, was ich gehabt habe. Das haben Sie nie gehabt. Darum verstehen Sie auch gar nicht, wovon ich rede. Das kann ich nicht verstehen. Dass Sie Ihr Land verraten haben und sich als verführtes Unschuldslamm darstellen. Das ist eine so blöde Geschichte. Das werden Sie noch bereuen, dass Sie das gesagt haben. Ich bereue bloß, dass ich noch mal hierher gekommen bin. Ich habe Peter geliebt, ja. Ich bin wirklich geliebt. Aber ich glaube noch viel wichtiger war, es war der erste Mann, mit dem ich richtig guten Sex hatte. Eigentlich sollte ich Sie bedauern. Stattdessen widern Sie mich an. Beinahe mehr als dieser Mann, von dem Sie dauernd reden. Sind Sie jetzt fertig? Die Zeit läuft uns davon und Sie reden wieder nur über sich. Keine Angst. Wir kommen bald zum Ende meiner Geschichte. Jetzt wird es in dem Punkt, wo Ära anfängt. Schon jetzt reparieren Sie mich. Was sind Sie in den Augenblick? Ich sage Ihnen, lange nicht ganz gut aus. Ich sage Ihnen, Sie sind zufrieden, Sie haben, alles zufrieden. Ich sage Ihnen, Sie sind einiges Angelegenheit. Taktik, Navigation, Stolz. Und auf Langstrecken in den Garten muss noch einer kochen. Der Postum-Institut. Hallo. Hat er geweint? Ja. Die Heulnummer ist ziemlich überzeugend, nicht? Die hat er bei mir immer abgezogen, wenn ich nicht weitermachen wollte. Ich hab ihn so gut wie nie gesehen. Vielleicht verwechselt er uns, ja. Versuchen Sie es mit Humor zu nehmen. Vertrauen Sie mir. Ich soll Ihnen vertrauen? Ja, Sie können es auch lassen. Aber entscheiden Sie sich. Entweder wollen Sie der Wahrheit auf den Grund gehen oder Sie vergessen es. Und wenn ich meinem Mann glauben würde und nicht Ihnen? Wenn ich ihm glauben würde, dass Sie eine vulgäre Schlampe sind und dass er jede Sekunde gelitten hat, die er mit Ihnen zusammen sein musste? Was hat er Ihnen denn noch so alles erzählt? Dass es nur eine Affäre war? Nichts Ernstes? Dass es mir noch Spaß gemacht hat? Er sagt, Sie hätten das Opfer gespielt, um beim Richter Mitleid zu schinden. Nein. Da habe ich mir nun überhaupt keine Illusionen gemacht. Wer mag schon eine herumhurende Verräterin? Der Bessmann-Anwalt hat mich verachtet. Sie sind doch keine besonders liebenswerte Person. Also, wollen Sie weitermachen? Ich weiß nicht. Wenn Sie weitermachen wollen, schön. Aber ich mache das nicht aus schwesterlicher Verbundenheit oder so einen Quatsch. 5000 für den Anfang. Sie sind gierig. Ja, da sagt die zweite Frau immer die Erste. Ich war die Erste. 5000. Für den Anfang. Nachher will ich mehr. Es ist er mir schuldig. Er wurde dazu gezwungen. Ja, am Anfang. Weil danach hat sich die Sache ja zwischen uns ein bisschen weiterentwickelt, nicht? Kein Mensch hat ihn gezwungen, eine derart intensive und lustvolle Beziehung... Halt auf. Bitte. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Sie sind ja nur an dem respektablen Teil interessiert. Die schöne Hochzeit in Weiß. Und die wunderhübsche kleine Kirche mitten im Wald. Ach so, übrigens. Auf der Karte sieht es aus, als wäre die Kirche ganz in ihrer Nähe. Sie können doch mal vorbeifahren. Vielleicht bringen Sie eine kleine Gedenktafel für mich an. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mir in die Augen schaut und mich dabei schamlos anlügt. Also, wenn ich Ihnen guten Rat geben darf. Hören Sie doch mal auf, das so technisch zu sehen. Ob nur Ehe oder nicht Ehe. Wir hatten eine sehr intensive sexuelle Beziehung. Als das würde mich daran stören. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er es ja gleich mitten in der Kirche mit mir getrieben. Aber dazu war ich nun zu katholisch. Ich fragte, dass ich es ja für den Frieden tue. Die Welt benötige mehr Frieden denn je. Und dann erteile mir die Absolution. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Und dann wurden Peter und ich und dem Priester getraut, am 21. Juni. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es war der glücklichste Tag in meinem Leben. An welchem Datum war das? Es war natürlich nicht seine Familie. Es war auch kein echter Priester. Wir hatten irgendeine leere Kirche gefunden und einen ihrer Agenten in Beichschule gesetzt. Dieser Abschaum schreckt hier von nichts zurück. Das Datum. Ich hätte sie nach dem Datum gefragt. 21. Juni 1987. Ein unschuldiger, hemmlischer, sonniger Morgen. Für eine vorgetäuschte Hochzeit. Aber sofort danach musste er weg. Woher wissen Sie das? Womit hat er es begründet, von seiner eigenen Hochzeit abzuhauen? Er hat gesagt, dass er arbeiten müsste. Arbeiten? Sie waren seine Arbeit! Deine Kind! Deine Kind! Api! Asma! Zum ersten Mal hatte ich darauf bestanden, dass er zu unserem Hochzeitstag nach Hause kam. Ich wollte ihn überraschen. Oh, das ist so schlimm. Füßt ihm auf! Zehn Jahre verheiratet und immer noch verliebt. Rechen war das alles nur ein Spiel. Guck mal da, Yvonne. Das gehört dir. Wie hast du das hierher geschafft? Ich habe es für einen Sportpreis gekriegt. Der Eigentümer ist pleite und hat seit Monaten die Linke Kost nicht bezahlt. Ach, deswegen die ganze Zeit dieser Heimlicht-Huerei. So. Und du hast wirklich nichts geahnt? Nein. Nein. Es war gar nicht so einfach, es vor dir zu verheimlichen. Wenn du heute nicht einen Ausflug gemacht hättest, dann hätte ich es nicht geschafft. Ein-, zweimal habe ich gedacht, du belauscht mich am Telefon. Ach, Mist! Was ist? Was ist? Es war. Mit dem Kühlschrank ist alles in Ordnung. Da ist ein Scharnfleck in unserer schönen Küche. Du weißt, wie sehr ich dieses alte Ding liebe. Das einzige, was uns von früher geblieben ist. Du und die Jungs, ihr seid die einzigen aus dieser deprimierenden Zeit, an denen ich hänge. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich ihn will verkopen. Ah, Willem wollte er aus, um zu zählen. Äh, doch, äh, doch laufen geht nicht. Erf uns einfach erwacht. Er war? Ja. Oh. Dein Holländisch wird immer besser. Bedankt. Über Bote kann ich mich in jeder Sprache unterhalten. Hallo, Livio. Hi. Ich hab Hank gesagt, du würdest auf Kathi aufpassen, während wir deinen Wagen holen. Belästiger Hank nicht damit. Ich kann mitkommen. Nee, nee, Kathi würde gerne was Zeit mit dir verbringen. Oder? Ist es dir nicht recht? Na, natürlich ist es ihr recht. Yvonne sehnt sich nach Kindern. Früher hatte ich jeden Morgen 25 von ihm. Tag, Livio. Tag, Papa. Komm noch, Yvonne. Da. Da. Ach, ich bin fix und fertig. Warum hat das so lange gedauert? Ach, ich wollte deine Rosslaube volltanken. Und auf einmal fängt die Benzinleitung an wie verrückt zu lecken. Da. 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 Ich bin fix und fertig. Warum hat das so lange gedauert? Ich wollte deine Rostlaube volltanken Und auf einmal fängt die Benzinleitung an wie verrückt zu lecken So ein großes Loch Bitte sag mir, wo du in den letzten Stunden gewesen bist Ich saß an der Tankstelle fest Da kam dieser alte Knacker, dem sie gehört Und wollte mir unbedingt helfen Und das hat ewig gedauert Er wollte ja so ein Teil aus Metall um die Benzinleitung legen Und dann hat das mit dem Verlöt nicht geklappt Das glaube ich dir nicht Was glaubst du nicht? Sag mir einfach, wo du warst Ich habe drei Stunden darauf gewartet Dass ein 80-Jähriger dein Auto zusammenflickt Ich dachte, ein Ex-Spion könnte besser lügen Ex-Spion? Lügen ist wie Fahrradfahren, stimmt's? Man verlernt's nie Ich gehe ins Bett Ich bin müde Das Ding ist auf Malz und Hopfen verloren gegangen Du wirst es austauschen müssen Hopfen und Malz Wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ach Hat Stefan dir nichts erzählt? Nein Na ja, vor dem Fall der Mauer War ich öfters in Dresden In Leipzig Und auch in Ost-Berlin Und warum? Damals War ich vom Kommunismus fasziniert Viele von uns haben angeglaubt Aus der Ferne Mich haben sogar einige aus der DDR hier besucht Aber Stefan Bist du früher nie begegnet, oder? Entschuldige Kind muss in die Schule So, Schreck Tante geputzt Das war Tag, Yvonne Tag, Garty Bist ja früh auf Es tut mir leid Warum sagst du mir nicht einfach die Wahrheit? Möglich gehalten hätte Alles, was er möchte, ist, dass seine Frau auch glücklich ist Hör endlich auf, alles abzuschließen, Stefan Das macht mich wahnsinnig Das ist im Moment ein Dauerzustand bei dir Lass mich sofort da rein Nein Mach auf! Es ist noch eine von diesen Überraschungen, die dich so nerven Verdribst du dir doch nicht, nur weil du schlechte Laune hast Du Lügner Lügner Okay, okay, okay Für dein Gewächshaus, wenn es fertig ist Zitronen, Oleander, Bucingville Hast du dir bei uns doch immer gewünscht Sag mir endlich, was los ist! Das ist verdammt nochmal Ich weiß alles Was weißt du? Vera Glaubitz Seit wann weißt du es? Seit einer Weile Du hast mir nichts gesagt Ich hatte gehofft, dass du es mir selber sagst Was? 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 Es war der Kalte Krieg. Wir waren Soldaten und zur unverbrüchlichen Treue verpflichtet. Treue? Ja, Treue zur Partei. Du kennst das doch. Es war verboten, unseren Familien irgendetwas darüber zu erzählen. Aber das ist doch Ewigkeiten her! Jahrelang, jahrelang hast du mit deiner anderen Frau geschlafen. ... die Prozess- und Anwaltskosten aufgelastet hat. Wenn sie hier rauskommt, hat sie über 50.000 Mark Schulden. Wir waren uns natürlich im Klaren darüber, dass sie nie wieder ein normales Gefühlsleben haben wird, aber sie war nie eine Gefahr für andere, bis sie gekommen sind. Wann ist es passiert? Gleich nachdem sie bei ihr waren. Nach dem Angriff auf sie hatte sie sich zunächst wieder beruhigt und wir dachten schon, das Ganze sei vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen. Aber eine Stunde später in der Wäscherei hatte sie einen weiteren Anfall. Geht's Ihnen denn besser? Es wird schon wieder. Danach hat sie versucht, sich selbst zu verletzen. Was hat sich denn zwischen Ihnen abgespielt? Sie können mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich will zu ihr. Nein, das kann ich im Moment auf keinen Fall erlauben. Ich muss bitte. Bitte. Gut. Es wird alles wieder gut. Lass mich in Ruhe. Deine Zeit hier ist bald um. Und ich verspreche dir, du wirst genug Geld haben, um nochmal ganz von vorn anzufangen. Ich verspreche es. Ich brauche nichts. Für mich ist alles vorbei. Nichts ist vorbei. Nichts ist vorbei. Alles wird wieder gut. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Sie haben wahrscheinlich schnell dazugelernt, nachdem Sie umgezogen sind. Woher wissen Sie, dass wir umgezogen sind? Hat Sie Ihnen das gesagt? So wie Sie aussehen, scheint Stefan ja ganz gut zu gehen. Hat er eine dicke Rente von drüben kassiert? Oder konnten Sie was von Ihrem wäckigen Lehrern im Gehalt zurücklegen? Also gut. Jemand hat Ihnen eine Menge über uns erzählt. Das war ja schon aus Ihrem Brief ersichtlich. Sie vergessen aber anscheinend, warum ich hier bin. Sie haben mir immer noch nichts über diese Frau gesagt. Tja, warten Sie noch ab. Es kommt schon noch. Warum kommt Sie nicht einfach auf den Punkt? Weil es mir sehr wichtig ist, dass Sie begreifen, dass ich früher mal anders war. Ich war nämlich so wie Sie. So nett. Sie waren nett. Wie schön. Ja, ich war nett und schön und intelligent. Ich habe damals im Auswärtigen Amt gearbeitet. Ich hatte Zugang zu allen geheimen Sachen. Ich hatte überhaupt keine Angst, als ich zum ersten Mal illegale Kopien aus dem Gebäude geschafft habe. Ich habe ja geglaubt, es sei für eine gute Sache. Einen schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Dass ich so gut lügen konnte, davon war ich ja selber überrascht. Ich nahm ein paar Dokumente mit. Und plötzlich war ich Spionin. Warten Sie gar kein schlechtes Gewissen? Nein. Peter hatte mir gesagt, er arbeitete an einem Friedensinstitut in Wien. Und er würde die Unterlagen sowieso bekommen. Und die Bürokratie sah eben so langsam. Und es wäre eine große Hilfe für ihn, wenn er die Dokumente vorher schon mal einsehen könnte. Die Unterlagen sollten doch für einen Frieden sein. Für einen Weltfrieden. Klingt total lächerlich. Ja, für mich war das aber nicht lächerlich damals. Das war eine andere Zeit. Wir waren doch alle damals für einen Frieden. Überzeihen Sie, aber dazu wirken Sie auf mich zu intelligent. Dankeschön. Heute bin ich auch schlauer. Aber damals war ich zum ersten Mal richtig verliebt. Erinnern Sie sich daran, wie das ist? Ich bin immer noch verliebt. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mir ihre Lebensgeschichte anhören. Ich habe ihm alles geglaubt. Alles, was er mir erzählt hat. Er... Nur so eine Affäre, ein Hin und Her. Sexy Ach, ich lachen. Romant. Ja. Hop. Er... Ich wollte immer nur mit dir zusammen sein. Sie haben mich angelogen. Er hat sie gar nicht geheiratet. Doch, das hat er. Wollen wir wetten? Na, kommen Sie schon. Sie wollen doch. Ich will nicht mit ihm wetten. Ja, aber Sie wollen meine Haut berühren. Die Haut berühren, die seine berührt hat. Ich hab das genauso empfunden, als Sie das erste Mal hier reinmarschiert sind. Haben Sie Angst, mich anzufassen? Rau, nicht? Früher wunderbar weiche Hände gehabt. Ich will dich auch zurück. Ich... Ich bin nie hier. Ich bin nie hier. Ich bin nie hier. Ja... Woher haben wir all das Geld? Ich habe das Haus verkauft. Welches Haus? Das, in dem du mit ihr zusammengelebt hast? In dem ich mit dir gewohnt habe. Ich hatte das Haus angeblich für Sie gekauft. In Wirklichkeit war es natürlich die Firma.